Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge PIK, zusammen mit Lazar. Servus. Mit Uhu. Skrapp. Und mit Nik. Was geht, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag bis jetzt. Wir sind da, um euch den zu versüßen. Das ist doch Mittwoch. Ja, Moment doch mal. Ist doch jetzt Mittwoch oder wie das? Hör auf damit jetzt. Ich kann das nicht ertragen. Das war die ganze Folge Bayerisch jetzt. Das ist so geil. Ja, okay, heute ist Mittwoch. Ich weiß, aber wenn sie es hören, ist es Sonntag. Ich bin in der Zukunft. Außer sie hören es nächsten Mittwoch. Game Changer. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag bis Mittwoch oder einen Sonntag bis Sonntag. Kommt drauf an, an welchem Tag ihr diese Folge hört. Ja, wir haben uns heute was super, 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 super Cooles, Interessantes überlegt. Und zwar machen wir heute eine Schonen-, also eine MC-Tierlist und gucken uns in verschiedenen Szenen und Schonenwerken, die MCs an und ranken sie. Das kam eigentlich relativ gut an, so die letzten Folgen. Und weil wir für die nächsten Folgen schon so ein bisschen unsere Themen haben, haben wir gesagt, wir benutzen die hier nochmal, um so ein bisschen Überblick zu schaffen, wie wir zu den ganzen MCs stehen, was unsere Meinung dazu ist. Und ihr könnt sehr gerne mitdiskutieren in den Kommentaren und einfach mal da lassen, was ihr dazu sagt. Zudem wollen wir noch die Spotify-Sache, die hattest du ja schon angekündigt, Oro. Aber nur auf Social Media, vielleicht sage ich dazu mal sowas. Vielleicht habt ihr bemerkt, wenn ihr auf Spotify hört, dass ihr Werbung kriegt pro Folge drei bis fünf Mal, je nachdem, wie lang die Folge ist. Und zwar, die meisten von euch haben es schon auf Social Media gelesen und sehr positiv aufgenommen. Vielen Dank dafür. Wir wurden von Spotify zu einem Beta-Programm eingeladen, das quasi dafür sorgt, dass wir auf Spotify Werbung schalten dürfen und damit Geld verdienen dürfen, dann mit den Folgen oder können. Aktuell haben wir nur durch YouTube Geld verdient. Das ging dann eben komplett an die Cutter meistens. Und jetzt ist es so, dass wir durch Spotify das erste Mal die Möglichkeit haben, selbst Geld zu verdienen. Das ist ein Beta-Programm, deswegen können wir uns nicht wirklich aussuchen, was da für Werbung geschaltet ist. Und Spotify schlägt selbst vor, wie viel das pro Folge ist. Wir würden es natürlich feiern, wenn ihr deswegen nicht traurig seid und es einfach ertragt. Ich meine, ihr kriegt ja auch immer anderthalb Stunden feinsten Peak-Content. Und danke für euren Support, der uns erst hierhin gebracht hat. Aber deswegen habt ihr vielleicht manchmal komische Werbung, weil Spotify noch in der Beta-Phase ist. Ja, dazu diese Info. Kurz und knapp, danke, dass ihr das supportet. Ihr seid die Besten. Und wir haben 6.000 Abos auf YouTube, richtig? Wir haben auch 6.000 Abos auf YouTube, ja. Damn. Also was für Meilensteine, jetzt schon in 2024. Ihr seid die krassesten Mann. Dankeschön, Leute. Ähm, ja. Ich, ähm ... Habt ihr das neue Chainsaw Man-Chapter gelesen? Ja, aber lass nicht. Lass uns darüber reden, wenn Denji kommt. Okay. Okay. Ähm, ja, was ich jetzt beachten werde, weil ich hab mir die Kritik an den letzten beiden Tierlisten zu Herzen genommen und war wahrscheinlich der Einzige, der sie gelesen hat. Na, ihr ... Für die Leute, die auf Spotify kein Bild haben. Hat er eine Stunde in der Kommentar-Section verbracht. Kevin hat vier. Für die Leute, die auf Spotify kein Bild haben, äh, ich werde vorher sagen, über welchen Charakter wir reden, damit ihr nicht erst rätseln müsst und auf YouTube nachschauen müsst, um wen es geht. Jetzt machen wir schon. Auf, wie geht's? Alter, kannst du jetzt bitte damit aufhören, Junge? Nein, nein, bitte nicht. Der wird zwar vor fünf Minuten tot. Bitte lass ihn einfach. Ich finde ihn auch witzig. Okay, ich hör auf. Hallo. Wir müssen ja aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Hm, okay. Sollen wir loslegen? Ja, dann hätten wir vor zehn Minuten aufhören sollen, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Das passt schon. Let's go. Das passt schon. Geh mal rein. Wir fangen an mit Dr. Kenzo Tenma. Der kommt natürlich auf dem Mondotier. Was? Ja. Nein, was? Der kommt ganz nach oben. Nein, der kommt nicht auf Goat. Doch, doch, Tenma kommt auf Goat. Wieso denn nicht? Hast du meine Tenma-Analyse nicht auf YouTube gesehen? Hast du sie gesehen, oder hast du sie nicht gesehen? Hast du sie nicht gesehen? Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ey, können wir mal aufhören, direkt mit Goat anzufangen? Er ist halt der Goat. Er ist nicht der Goat. Weißt du, was mich an ihm gestört hat? Er ist schon ... Erzähl mal. Es gibt genau eine Sache, die mich an ihm gestört hat. Dass er zu perfekt ist. Ich find ihn auch sehr krass. Nein. Ich find ihn auch sehr krass, deswegen. Esst hier, okay. Aber Goat ... Pass auf. Eine Sache hat mich gelangweilt, und zwar, dass Tenma überhaupt auf die Idee kommt, dass er Johann umbringen muss. Ich finde, das wird mir nicht glaubwürdig verkauft, weil ich von Anfang an gesagt habe, er wird's nicht machen. Und auch als er dann anfing, sich eine Waffe zu holen und schießen zu trainieren, ich denk mir so, Bro, du wirst es eh nicht machen. Und das, fand ich, war die einzige vorhersehbare Sache an dem Charakter. Er wird so lange aufgebaut, dass er diesen einen Typen abknallen wird. Er macht's nicht. Ich wusste, er macht's nicht. Ich fand's nicht vorhersehbar, dass er's nicht macht. Ich schon. Also, ich hab's ihm nicht ... Also, ich hab am Ende geglaubt, vielleicht muss er's tun. Ich fand's auch sehr schön, wie es gelöst wurde. Genau wie er am Anfang schon einmal auf ihn gezielt hat und es nicht gemacht hat, wusste ich, er wird's wieder nicht machen. Ja, aber in der Zeit sind ja viele Sachen passiert, wo du gedacht hättest, okay, so viele Einschläge, dass Tenma sich jetzt doch vielleicht dazu ... Boah, eben nicht. Ich find irgendwie nicht. Irgendwie hab das bei mir nie ... Okay. ... mich nie überzeugt. Das ist diese eine Sache, die mich an ihm stört. Also, ich finde, aufgrund dessen, dass Tenma der perfekte Gegenpol zum Antagonisten der Serie ist und der halt auf Goat gekommen wäre, hätten wir eine Antagonisten-Liste gemacht. Und die sich wie Schwarz und Weiß und Ying und Yang ergänzen, muss er auch auf Goat. Das ist meine Argumentation. Oder ganz vorne nach S. Also, ich find ... Ich will wirklich Tenma nicht underraten. Verzeihung. Ich mach übrigens ... Warte kurz, sorry. Ich muss sagen, Shoutout an Ace, der die Liste für uns erstellt hat. Aber Goat ist ein Scheißname fürs Obere. Hier können wir's Peak nennen. Kata, kannst du's in Peak umbenennen, für, wenn du's machst. Weil es gibt ja nur ein Goat. Das ergibt ja keinen Sinn, dass da mehrere drin sind. Du kannst es noch editieren, Laza. Du kannst da noch Peak nennen. Ja, okay, dann ändere ich direkt den Peak. Dann haben wir viel einfacherer Diskussion. Ich kann mich doch anfreunden, wenn ich so retrospektiv gucke. Weißt du, warum ich mich mit Tenma in S anfreunden kann? Weil ich finde, die, die ich jetzt grad im Kopf habe, wenn ich an Peak denke, also ans alleroberste Tier, die sind noch mal ein bisschen mehr Remarkable. Die geben mir noch mal ein bisschen mehr ... Die sind noch mal ein bisschen mehr Charakter zum Greifen. Deswegen seh ich ihn ... Doch, da geh ich mit. Tenma ist halt wirklich ... Er ist krass und er ist auch smart und so, aber er ist halt auch wirklich Normie. Er ist halt einfach so dieser Good Guy an sich. Aber das macht ihn auch so besonders. Das macht ihn auch besonders, klar. Das stimmt, das sticht auch wieder hervor. Gibt nicht viele Werke, wo die Hauptcharakter so ganz, ganz normal sind. Ja, dann lass ihn nach vorne erst tun. Schauen wir erst mal. Wir gehen nachher noch mal durch. Ich danke für euer Einverständnis. Okay. Okay, Giorno, Giovanna. Let's go, der Nächste. Wer will anfangen? Ich fang an. Ich finde, dass Giorno ein unfassbar nicer Charakter ist, aber im Part 5 so viele gute Charaktere sind und sogar ein guter Sidecast, dass Giorno, finde ich, manchmal im Hintergrund ist und gar nicht so als MC das Ganze strahlt. Sein Stand ist auch sehr OP. Und ja, manchmal ist so ein bisschen die Frage, also reicht das, dass er ein guter MC ist? Für mich hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht von Giorno. Aber deswegen ist für mich so S und Peak ausgeschlossen. Ich würde ihn auf A packen. Ich finde, Giorno hat das Problem, dass sein Sidecast oder sein Cast um ihn rum so geil ist. Und das, wie du sagst, hilft ihm ein bisschen zurück. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, jeden anderen Jojo an seiner Stelle, die meisten würden auch runtergehen, weil eben der Cast so krass ist. Ja, und vor allen Dingen ist das Ding, dass Giorno ja auch ein bisschen introvertiert ist. Stell dir mal vor, Joseph wäre im Part 5 gewesen. Dann wäre das Ding schon mal ein bisschen anders aus, oder nicht? Ja, Joseph schon, ja, I guess. Also, ja, ich mag Giorno persönlich. Ich finde sein Design perfekt. Ich finde alles an ihm cool. Er ist super, super nice. Aber ich hätte einfach mir mehr von ihm in Part 5 gewünscht, einfach als das, was er geliefert hat. Ich check das schon. Ich würde sogar für den Anfang eher Anfang von B sagen. Echt? Weil ich finde, es gibt bessere Jojos als ihn. Ja, also, ich würde ihn bei meinem jetzigen Wissensstand auch auf B packen. Ich bin bei Kapitel 60 vom Manga. Und am Anfang, er ist relativ cool, ja, ist die Hälfte ungefähr, ist relativ cool aufgetaucht. Das Konzept um ihn rum war cool. Also, wie er gesucht wurde, was seine Heritage angeht so. Aber ich gucke halt eigentlich, also, beim Lesen gerade, ich gucke die ganze Zeit nur so auf Charaktere wie Mister und die anderen in der Gang. Das ist halt nicht, was ich mir von einem Hauptcharakter erhoffe. Und deswegen, ich finde ihn trotzdem cool. Aber ich mag ihn zum Beispiel, ich glaube, ich ... Ich könnte nicht mal sagen, ob ich ihn mehr als Jooske mag, weil Jooske war halt schon präsenter in seinem Part. Ich mag ihn schon mehr als ... Nee, ich mag ihn mehr als Jooske. Echt? Okay. Ja, ja, ja. Ich mag auf jeden Fall Jooske mehr. Ich finde, vorne B, finde ich relativ okay, dafür, dass wir das jetzt einmal einordnen. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen die anderen Tiers damit reinnehmen, sonst ist dann wieder alles zu weit oben. Ja, let's go. Let's go. Okay, direkt der nächste Jojo. Jonathan Joestar. Jonathan Joestar, der allererste. Ja, Mann. Ja. Ja, aber da müssen wir jetzt nicht riesig drüber diskutieren, finde ich. Der Bro ist halt ... Also, er ist literally einfach nur für Legacy kann man ihn ranken, weil er ist flat. Er hat sechs Kapitel, er taucht auf, er ... Keine Ahnung, er muss sich mit Dio hauen, das ist das Konzept dahinter. Und da passiert nicht wirklich viel. Ich würde den auf C oder vielleicht sogar D packen. Also, ich finde ... Okay, weil er so iconic ist auf C, aber eigentlich vom ... So, weil ich ihn über ... Keine Ahnung, Tanjiro sehe. Deswegen sage ich, er muss auf C. Aber ... Ja, ich finde ihn auch auf C sehr gut. Er ist schon bland as fuck. Seine Dynamik mit Dio ist das einzige coole gefühlt. Ja. Aber ja, C. Ja, in Part 3 ist er auch ganz cool, aber da hat er ja auch keinen Kopf. Ähm ... Und das ist gottlos. Okay, okay. Aber was geht hier unten? Dann lass mich da. Das wäre kein ... Ich hab's gelesen. Lass ab, willst du erst oder soll ich erst? Wie du möchtest. Ich kann anfangen. Ich finde, Shinji ist ein großartiger Charakter. Ähm ... Er ist sehr flort. Und er macht Sachen, von denen man nicht erwartet, dass er sie macht. Aber wenn er sie macht, dann ... Checkt man schon, dass er so ist. Ich find ihn sehr organisch. Und auch seine ganzen Dynamiken zu ... Sein Vater, zu Rei, Asuka ... Sind sehr ... Sehr komplex und regen zum Nachdenken an. Der Charakter regt generell zum Nachdenken an. So, weil er eben so ... So, wie soll ich's ausdrücken? Weil er so einen Zwiespalt in einem erzeugt. Verstehst du, was ich mein? Mhm. So, man versteht ihn irgendwo. Er ist ein 14-jähriger Boy, der in der Welt geschmissen wird. Und er muss sie auf einmal retten. Und dabei ist er eigentlich introvertiert und hat Angst und will nicht. Und das ... Die Umstände, denen er aufwächst, provoziert auch Fehlverhalten von ihm. Ich find's geil. So. Ja, die Frage ist ja bei Shinji, glaub ich, ganz einfach ... Willst du den S packen oder willst du den Peak packen? Weil ich würde beides nachvollziehen können. Ich persönlich ... Also, writing-technisch ist der insane. Shinji ist einer der wahrscheinlich wichtigsten Charaktere seiner Zeit. Einflussreichsten. Hat viel für das Medium an sich getan. Ist sehr komplex. Ist das, was ... Ist auch eine Blueprint für Charaktere wie Denji heutzutage gewesen. Einfach in manchen Bereichen. Jetzt ist es aber so, ähm ... Also, jetzt nicht ... Ich will jetzt nichts damit explizieren, dass Denji wie Shinji ist. Aber wenn man sich mit beiden auseinandersetzt, wird man die Vorlagen erkennen oder die Inspirationen. Äh, das Ding ist aber ... Ey, das ist einfach nur mein Bauchgefühl. Er ist mir einfach highly unsympathisch. Das soll er natürlich wahrscheinlich ... Er soll mir jetzt auch nicht super sympathisch sein. Ja. Aber aufgrund meiner Antipathie würde ich ihn auf S packen. Aber ich verstehe auch, wenn man ihn für Peak argumentieren will. Ja, nee, ich check schon. Ich seh ihn auch im selben Tier. Also, mir geht er auf den Sack, weil er mir ein bisschen zu viel heult, muss ich sagen. Ich verstehe, warum er es tut. Und ja, das ist alles wichtig. Aber ich denke mir ... Also, ich muss sagen, beim Lesen, ich hab mir dreimal gedacht, Digga, werd man, du Hund. Und jetzt deswegen ... Das ist aber lustig, weil im Anime ist ja noch ein größerer Waschlappen als im Manga. Ey, das ist ja das Problem. Ich hab ja parallel gelesen und geschaut. Also, ich hab doppelte Dröhnung Pussiness gekriegt. Ach du Scheiße. Also, mach den auf S. Das ist ja wirklich einfach beim Geschlechtsverkehr ein Porn-Watchen einfach. Ruffy aus One Piece ist der Nächste. Let's go. Ja, okay. Also, wir haben schon oft über Ruffy gelabert. Und wir können jetzt hier auch richtig, richtig lange labern. Was wir ... Oder was ich an Ruffy immer so ein bisschen zu kritisieren hätte, das haben wir auch schon in ein paar Folgen vorher angesprochen, ist, so wie er seine Crew aufbaut und so wie er mit anderen Leuten und Freunden umgeht, ist er sehr naiv. Und dass das nie Konsequenzen mit sich bringt, ist manchmal so ein bisschen fragwürdig. Ähm, das sind so Beispiele wie, keine Ahnung, ihm gefällt irgendjemand, er kennt den eigentlich gar nicht wirklich und er sagt, wir sind doch Freunde so. Und das ist ... Im Endeffekt geht das immer gut aus und dadurch freut man sich dann für Ruffy und man freut sich auch für den MC, dass er so offen und so eigentlich so lieb und transparent ist. Aber diese Nichtkonsequenzen, die passieren halt nicht. Und das ist nicht so real in vielerlei Hinsicht. Also, ich würd dazu sagen, er ist iconic. Also, er ist fucking iconic. Jeder assoziiert einen Stroh inzwischen mit One Piece, auch wenn er kein Anime oder Manga kennt. Ähm, er ist ... Er hat coole Momente. Mir bleibt im erster Linie, wenn ich an Ruffy denke, bleiben mir Momente kleben, in denen er nicht der typische Ruffy ist. Wie zum Beispiel seine Reaktion auf Ace Tod oder ... Oh, Spoiler. Leute, wir spoilern die ganze Folge. Oder Bro hat literally am Anfang gespoilert, dass 10-mal Johann nicht erschießt und heult jetzt wegen One Piece-Ace-Totspoiler. Also, ganz ehrlich. Geil, geil, geil. Also, ist das krank. Auf jeden Fall, ähm ... Ja, Joyboy war auch ein krasser Moment. Aber, aber ... Ähm ... Ich muss sagen, wenn ich an den One Piece-Cast denke, ist Ruffy bei mir echt weit unten. Das ist so der letzte Charakter, an den ich denke, wenn ich an coole One Piece-Charaktere denke. Ja. An allererster Linie denke ich so ... Also, als allererstes denke ich natürlich an Nico Robin. So. Was? Dann ... Okay. Dann ... Weil wegen deinen Füßen da wieder ... Nein, weil ich die einfach geil finde. Und die hat geile Mystery, die hat Backstory, die hat Water 7. Die hat ... Digga, was willst du eigentlich? Also, davon abgesehen. Dann denke ich vielleicht sogar an Sanji eher. So. Okay. Der hat nämlich auch zwei coole Backstories gekriegt. Und Ruffy ist für mich so ... Ruffy war für mich damals immer der Grund, warum ich One Piece nicht geschaut habe, weil ich sein Design so goofy fand. Und ich weiß, das soll er sein. Das ist der Grund, warum alles so ist. Das ist alles schon wieder deep und so, aber ... Keine Ahnung, Digga. Ich bin ... Ich finde ihn unsympathisch, aber er kann den B. Ich finde Buggy cooler. Ich finde Corazon cooler. Also, es gibt so viele ... Ja, ja, klar. Ich finde Law cooler. Also, es gibt wirklich sehr viele coole Charaktere in One Piece. Und ich finde auch, dass Ruffy da nicht so heraussticht, dass ich ihn in meinen Top-3-Familien ... Aber unter B wäre Gott los. Mach mal. Unter B wäre auf jeden Fall. Ich würde ihn sogar vielleicht in A packen. Ender A. Ich würde ihn ins B packen. Okay. Weil er ist ein guter Main-Character. Und auch, dass er sein Werk so lange tragen kann, spricht für ihn. Er hat eine geile Message, er hat ein iconic Design. Er ist halt schon sehr eindimensional. Er ist sehr eindimensional. Findest du, Ruffy trägt sein Werk? Ich finde nicht, dass Ruffy sein Werk trägt, sondern dass die Mystery um das One Piece das Werk trägt. Ja, aber wenn ... Ich hätte jetzt wortwörtlich kein Problem damit, wenn Ruffy jetzt 30 Kapitel nicht auftaucht. Ja, das stimmt, aber du hast ja auch nicht die Schnauze voll, wenn er die ganze Zeit da ist, oder? Manchmal schon. Also mir ist es irgendwann zu doof gewesen. Alter, zum 80. Mal in Band 40 irgendwie einen Charakter, der keine Beine hatte, gefragt hat, wie er kackt. Das ist halt irgendwann nicht mehr lustig. Also das ist ... Loki schon. Nee, nicht, wenn du's Binge-Readest, Bro. Dann ist es irgendwann einfach nicht mehr witzig. Also ich finde, er macht seinen Job und das über eine lange Zeit. Er ist sympathisch, ich mag seine Message. Er ist cool. Er ist solide, ein solider, guter Shonen-Main-Charakter. Ich würd' ihn ins B packen. Ja. So. Okay, krass. Ich glaub, ich hätt' ihn echt als Ende von A gepackt. Aber ja, gut. Und vor allem hinter, Giordano? Ach so, wir können auch so, sorry. Aber Giordano sieht cooler aus, deswegen sag ich Giordano vorne. Ja, Giordano sieht auf jeden Fall cooler aus. Ähm, ja, okay. Shin, kann ich nichts zu sagen. Ich hab nur 80 Kapitel gelesen. Ich find, was mich die ersten 80, 90 Kapitel von Kingdom genervt hat, ich weiß nicht, ob sich das die nächsten 600 Kapitel ändert, ist, dass ich das Gefühl hatte, Shin hat ein bisschen Plot-Armor. Ja, wollt' ich grad sagen. Und das geht mir hart auf den Sack. Also, der kann machen, was er will. Also, ein 14-Jähriger, der mitten im Kriegsfeld ist und nicht einmal aufs Maul kriegt. Gegen so'n fetten, gegen so'n fetten Ogre hier, boom und so. Bro, ich find' ich seltsam. Ich find' ich schon way too overpowered für seinen Age. Er wirkt schon sehr shonenhaft in seinem Setting. Also, er sticht schon durch seine Shonen-Artigkeit wirklich hervor. Aber das Werk an sich ist sonst nicht so. Deswegen denk' ich mir so, es ist halt so, dass du so einen Shonen-Main-Character in so einem seinen Setting gepackt hast. Ja, genau. Richtig. Richtig. So, also, ich hab' ein bisschen weiter gelesen, da hat sich das immer noch nicht geändert. Von dem, was ich gehört habe, wird er noch krass. Aber, ähm, auch, ich hab' genauso gehört, dass er so immer so shonenmäßig bleibt. Ich kann's nur mal in jetzigen Stand bewerten, da wär' auch für mich irgendwo B. Und ich find' es komplett valid, 100 Chapter, 80 bis 100 Chapter in den Main-MC schon bewertet werden. Find' ich auch, ja. Vor allem, du hast ihn ja in jedem Kapitel gesehen. Eben. Ich sag', auf unserem Stand, B, mir ist egal, ob du ihn vor oder hinter die anderen packst. Das ist mir, könnten mir nix egaler sein. Also, ich bin so, Stand 130 oder so, ich find' ihn immer noch B. Ich seh' Potenzial zu A, aber die Vorschuss-Läubeln kriegt er nicht. Okay. Seh' ich, seh' ich. Millioners aus Seven Deadly Sins. Aus Seven Deadly Sins. Ich kenn' ihn tatsächlich nicht. Ich hab' nur die erste Folge damals auf Netflix geschaut und das fand' ich echt langweilig. Deswegen hab' ich's nicht weiter geschaut. Also, er ist ein Perversling, ja. Base. Er ist, äh, sehr klein. Ähm, und er ist extrem, extrem stark und irgendwie hat er so Psychopathen-Vibes. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Lazar, aber wirkt er für dich nicht auch manchmal wie so ein kompletter Psychopath? Weil in dem einen Moment ist er so nett und da und so, aber du hast irgendwie das Gefühl, der ist so unerreichbar und so, äh, unvorhersehbar und in anderen Momenten, da hat er so eine Todes, so eine Todeslust und ich, boah, ich, keine Ahnung, ich hab' richtig Probleme gehabt, dem Charakter zuzuordnen. Und man hat den Eindruck, so, innen drin muss er eine große Wut unterdrücken, was ja auch irgendwo so ist. Ja. Und man hat oft den Eindruck, dass es jeden Moment ausbrechen könnte. Er ist ein interessanter Charakter, er ist schon cool, so, ähm, aber, keine Ahnung, besonders begeistert hat er mich nicht. Äh, ja. Er hat halt eine tragische Story mit Elisabeth und so. Klar, auf jeden Fall. Das ist schon was. Er hat wirklich eine tragische Story. Äh, aber, boah, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich würd ihn auf C packen. C? Ja. Ich find Ruffy schon geiler als ihn. Ich find ihn auch geiler als, äh, ich find Ruffy auch geiler. Ja, komm. Pack ihn nach vorne C. Machen wir einfach, einfach da, ist okay. Okay, ähm, als nächstes kommt Lelouch wie Britannia aus Code Geass, das ich nicht geschaut hab. Also, müsst ihr das da, aber das ist, äh, Code Geass, was ich aber zu sagen kann vielleicht, ist ganz interessant, dass, äh, dieser, ist ja Anime-only und dieses Werk ist, seit, seit ich 15 bin oder so, oder 14 vielleicht sogar, ist dieses Ding auf meiner Liste. Also, ich muss es irgendwann schauen, weil ich find's so spannend. Der wurde damals, als er rauskam, so oft mit Light Yagami verglichen. Ob das Hand und Fuß hat, kann ich nicht beurteilen. Aber, ähm, ist Light übrigens auf dieser Liste. Ja. Okay, gut. Ja, dann, äh, macht ihr Lelouch, weil ich hab's nicht geschaut. Bitte Spoiler nicht, weil ich will's noch schauen. Gut, äh, bei mir ist das extrem, extrem, extrem lang her. Also, das war auch schon länger. Genauso wie Oro gesagt hat, seitdem er das wahrscheinlich auf der Watchlist hat, da hab ich das irgendwann geschaut. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich müsste tatsächlich, um eine richtig gute Analyse davon zu machen und auch für mich einranken zu sein, müsste ich das Werk noch mal schauen und, äh, so, aber der war schon sehr, sehr, sehr krass. Keine Ahnung. Also, ich finde, ist bei mir jetzt auch länger her. Ich erinnere mich schon noch an die Schlüsselmomente und ein paar Sachen. Ich finde, der Vergleich zu Light ist berechtigt. Ich finde auch, der Vergleich zu Eren Jäger ist berechtigt. Mhm. Ähm, er ist extrem charismatisch, er ist extrem intelligent, er carriert sein Werk anders und als Charakter war er schon sehr unvorhersehbar. Ähm, und er wirft sehr viele Fragen auf mit seinem Verhalten. Also, sehr ähnlich zu dem, was Light und Eren gemacht haben. Und ich finde nicht, dass er es schlechter gemacht hat. Für mich ein A? A? Ende S, A, sowas. Mhm. Würde ich, wenn in doubt, würde ich in Ende S packen. Und ich sage auch warum, der sieht echt cool aus. Ja, er sieht echt cool aus. Und hat einen der coolsten Namen überhaupt, oder? Ja, und dieses Gieß ist auch einfach eine coole Fähigkeit. Oh ja, sein Design ist schon echt auch geil. Ja, es passt schon, bei Shinji irgendwo, ist okay. So, als nächstes Alita. Leute, ich muss dazu sagen, Alita, ich habe die ersten vier Bände von Alita, also die Hauptstory, diese vier Perfect Bände habe ich vor zwei Monaten gelesen, jetzt habe ich Last Order komplett gelesen, die letzte Woche, es hat auch noch mal elf Perfect Bände und jetzt kam heute bei mir Mars Chronicle an, was die Vorgeschichte zu Alita ist und immer noch aktuell. Jetzt ist es so, ich bin ja der Einzige, der gerade irgendwie was zu Alita sagen kann, glaube ich. Ohne zu spoilern, wird es schwer, Beispiele zu bringen, warum ich sie cool finde, aber ich versuche es mal übergeordnet. Sie hat halt einfach, ich würde ihr so ein bisschen Vorschusslorbeeren geben, wie ich sie vielleicht auch teilweise einem Goku geben würde, in ihrem Genre, weil sie halt sehr, sehr viel getan hat, für das, für das kommende Cyberpunk-Genre, für weibliche Main-Charaktere, Charaktere, Charaktere? Gut, das hat ja der Mangaka gemacht und nicht Alita an sich, oder? Kevin gibt immer Legacy-Punkte, Niek. Achso. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das passiert, sie ist, sie hat ultra coole Kampf-Szenen, sie hat coole Fähigkeiten, sie taucht auf, du weißt, sie wird zerfetzen und, sie ist literally die Blueprint von To Be aus Nier Automata, von Eve aus Stellarblade, von keine Ahnung wem. Sie hat ultra, ja, wie schon gesagt, ultra coole Fähigkeiten, die kann ihren Körper teilweise dann in Last Order verändern, wie sie möchte, dann hat sie ganz viel verschiedene Formen, dieses ganze Cyber-Ding kommt cool rüber und sie hat diesen, diesen ikonischen Schnullermund, wenn du den siehst, denkst du dir einfach, Dega, sie ist heiß, sie hat Legacy, der Schnullermund, klingt so paraphile, Alter. Bro, guck ihn dir an, dann wirst du verstehen, also sie wirft, sie wirft wichtige Fragen auf, Feministische Fragen, allein dadurch, dass sie ja einerseits eine Frau ist, dann ist sie ein Gegenstand, sie wird am Anfang quasi, sie ist ein Cyborg, sie wird, ja, das habt ihr, also wenn ihr da lacht, das ist das Problem, ihr seid halt einfach, Bro, du schmeißt das so in den Raum. Ja, ihr habt es halt nicht gelesen, sonst wüsst ihr, wovon ich rede. Das heißt, sie wird auf zwei, sie wird auf zwei Seiten entmenschlicht, ihr werdet auf zwei Seiten quasi Rechte abgesprochen von Männern, die sie reparieren, die sie in ihrem Umfeld aufbauen, etc. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Werk, Alita ist ein sehr wichtiger Charakter, sie muss auf S. Weißt du, sie hat To Be inspiriert, ich nehme dir zu. Ich bin dabei. Wo genau, Kevin? Ich kenne Lelouch nicht, aber ich scheiße auf Shinji, deswegen mache sie hinter Tenma. Okay, I trust you. Oha, wen haben wir da denn? Aladdin. Ein Goat. Aus Magi. Ich habe den ersten Band gelesen. Hast du echt? Ja. Ja, let's go. Und soll ich dir eine Sache sagen? Ja. Von allen Schonen, die ich gelesen habe, hat der den witzigsten Humor. Der ist witzig. Der ist witzig, Ich musste oft beim ersten Band schon laut lachen, so, es war sehr witzig. Ich muss jetzt sofort an die Szene denken, Digga, wo sein kleiner Kopf auf August Körper drauf ist und du denkst so, das ist einfach sein Körper und du bist einfach komplett verwirrt im ersten Moment. Ist so. Digga, ich fand den Band ultra nice. Und ja, keine Ahnung, ich kann nicht viel zu sagen, ich lese Magi gerade noch oder beziehungsweise habe es vorzulesen. Deswegen, Lassa, ich überlasse dir und Uro natürlich. Also, Aladdin ist ultra sympathisch, er ist der Dreh- und Angelpunkt der Story, er ist ein Pazifist, dessen Pazifismus herausgefordert wird und er sich auch realistisch mit diesem Problem auseinandersetzen muss, als Magi ist es seine Funktion, den Frieden in der Welt zu suchen und mit dem voranschreiten der Story stellt er fest, dass es nicht so leicht ist. Und ich liebe sein Design, seine Flöte ist iconic, leider noch nicht so iconic, wie sie sein sollte und er wird von diesem lustigen Kerl, wie du ihn da kennenlernst, zu so einem Warte, ich Spoiler gerade, er wird krass und ich liebe den einfach. Feiert er in 30, 40 Bänden später immer noch so sehr essen oder ist das wieder die schonen Krankheit am Anfang, dass er so gern frisst? Die Tonalität des Werkes wird ernster und dann gehen diese Jokes ein bisschen zurück. Mhm, okay. Auch diese Sache. Ähm, ich find, er trägt eine geile Message, er ist ultra sympathisch und sehr eigen, also man sieht nicht viele Charakter wie ihn. Für mich ist es ein geiler, schonen Protagonist, der seinen Job gut macht. Ich würd ihn jetzt abhacken. Ich geh komplett mit A mit, er ist halt nicht zu krass gefunden, aufgrund der Tatsache, dass ich finde, Aladin ist nicht mal in seinem, also er ist, er ist cool, er ist sehr erfrischend, er hat interessante Dreh- und Agelpunkte in der Geschichte, aber er ist in seinem eigenen Werk nicht mal der interessanteste Charakter. Das stimmt, aber das liegt am Cast. Das liegt am Cast, aber ich find auch hier, wenn wir das bei, bei einem Genre kritisieren, müssen wir auch bei einem Aladin Punkte abziehen, weil er im Vergleich zum Sidecast manchmal, Moment, er kann sich besser wieder hochkämpfen als ein Genre, klar, er hat seine Momente und er hat seine Zeit am Ende, aber er kackt im Vergleich zu einem Alibaba oder zu einem Sinbad oder auch zu einem Haku später, er geht manchmal so ein bisschen ab, also er ist so ein bisschen dann im Hintergrund und kann sich da nicht ganz an der Spitze halten, deswegen A sehe ich auch. Man checkt auch stellenweise gar nicht, ob jetzt wirklich Aladin oder Alibaba der Protagonist ist, weiß ich. Ja, das hätte man auch, das kann man auch, also es ist wahrscheinlich Aladin, weil er ist auf Cover vom ersten Band, aber das ist auch schon. Aber lowkey Alibaba wäre auch als Protagonist durchgegangen, das stimmt schon. Ja, ist okay, ist gut, macht seinen Job gut. Aber das Werk heißt Magi und Aladin ist ein Magi. Richtig. Tja, es heißt ja nicht. Aber Aladin, aber Alibaba ist der Auserwählte vom Magi. Hallo, hallo, jetzt stopp, jetzt stopp, jetzt stopp, jetzt stopp. Okay, okay, Naruto, ich finde, kann ins gleiche Tier wie Ruffy, um ehrlich zu sein. Ja, safe. Da will ich gar nicht viel diskutieren. Ich finde Naruto, manche mögen ihn zur Zeit nicht mehr so, aber ich mag Naruto immer noch sehr, sehr gerne. Er hat mich sehr in meinem Leben beeinflusst, vor allem als ich jung war. Ich würde ihn vor Ruffy packen. Ich würde ihn auch vor Ruffy packen. Vor Ruffy? Okay. Und ich sage dir auch warum, weil klar, wir machen unsere Talk-No-Yutsu-Witze und writing-mäßig ist das teilweise ass, aber trotzdem habe ich Naruto schon vier, fünf Mal in meinem Leben mehr gefühlt oder mehr Gänsehaut durch ihn gehabt als durch einen Ruffy und deswegen sehe ich es auch vor einem Ruffy. Das ist so mein Kriterium. Finde ich auch. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn man in der Schule jemand war, der ADHS hatte und so ein paar Probleme zu Hause hatte, ich glaube, dann hast du mit Naruto wirklich sehr relaten können in Classic. Mhm. Ja, okay. Ich gehe mit. Ich finde, beide gehen einher, was deren Status als Protagonist ist. Die sind beide gefühlt gleich iconic, gleich beliebt. Ist okay. Die gehören schon beieinander. Als nächstes kommt Kenjiro aus Fist of the North Star. Da muss man halt sagen, der Bro ist relativ flat. Also habt ihr es gelesen? Nee. Nö. Nee, ich habe auch nur die ersten zwei, drei Dingsbände jetzt gelesen und er ist relativ flat. Ich kann mir nicht vorstellen, da ist noch viel mehr mit ihm passiert, eben weil Fist of the North Star ist, was es ist. Street Fighter als Manga beziehungsweise wahrscheinlich kam Street Fighter. Ich weiß nicht, ob es danach kam oder gleichzeitig oder was auch immer. Aber er ist halt iconic und er hat doch auch iconische Means. Er hat literally das Biakugan erfunden und Omae wa mo Shinderu. Und deswegen ich sage Anfang von C, weil ich sehe ihn trotzdem nicht im selben Tier wie einen Shin oder einen Naruto auch. Also Anfang von C würde ich ihm geben. Wir äußern uns blasphemisch den Ahnen gegenüber. Fist of the North Star als Manga würde ich höher ranken, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber Kenshiro ist halt ... Ja, vielleicht wird er auch noch krasser, wenn ich weitergelesen habe. Aber wir sind ganz am Anfang und zwei von uns haben es nicht mal gelesen. Wir können es gar nicht beurteilen eigentlich. Seht das nicht so ernst. Deku aus My Hero Academia. Ich persönlich ... Das wird jetzt interessant. Ich persönlich bin kein Fan, aber ich habe ja auch nur die ersten neun Wände gelesen. Also bis zu diesen Turnier-Arc, den ersten. Und mir war er immer ein bisschen zu pussy-mäßig. Ich weiß, wo es hinführen wird. Er wird All for One wahrscheinlich irgendwie meistern. Dann hat er wahrscheinlich diese Dynamik, die Shonen immer haben mit Bakugo. Und das wird sich alles relativ ... Ja ... Ja, also sehr vorhersehbar auf jeden Fall. Keine Ahnung, von allen Backstories der Shonen-Protagonisten, da geht vielleicht die Meinung auseinander, aber finde ich die von Deku extrem lame. So dieses Fan-Ding. Also dass er halt so ein großer Fan war. Und das ist ja so ein bisschen auch der Gag in der ersten Staffel voll oft. Und manche finden das halt cool, aber bei mir war es irgendwie so ein bisschen, I don't know, kindisch. Ihr kennt das ja besser als ich, ihr müsst jetzt für mich eigentlich nur beurteilen, ob er in C kommt oder ob er in B kann. Ich würd den, ich find Naruto und Ruffy viel geiler als den. Ich find auch Naruto und Ruffy besser. Wir könnten den ans Ende B packen, aber ganz ehrlich, ich seh den nicht mit den anderen da zusammen. Vorne an C ran. Würde ich auch. Also Deku hat mich auch nie abgeholt, muss ich sagen. Er hat coole Momente, aber hat genauso viele nicht coole. My Hero ist ein Anime oder ein Manga, wo super viele Sideshars sind. Wahrscheinlich mehr als in jedem anderen Werk. Da gibt's so viele andere coole Charaktere. Als nächstes kommt Josuke aus Jojo's Bizarre Adventure. Den mag ich mehr als Jorno. und ich mag ihn auch mehr als Ruffy. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ihn mehr als Naruto mag, weil dieser Frisurenwitz ist nach dem dritten Mal auch ein bisschen ausgelutscht. Aber ich seh ihn im B-Tier vor Ruffy. Das wär meine Empfehlung, aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich seh ihn auch im B-Tier und ich würd ihn, glaub ich, vor Naruto und Ruffy machen, einfach nur, weil ich ihn viel sympathischer finde. Ist auch okay. Weil er cool ist. Geiler Main-Charakter, lustig, hat auch eine Entwicklung. Ist okay. Er ist gut. Cooler Stand. Ist du okay damit, Nick? Ja, es ist fein. Ich hätt ihn dann ans Ende von B gepackt, aber ich geh damit d'accord. Ja, ich denk innerhalb des Tieres so. Solange wir alle mit dem Tier sind, dann müssen wir nicht so krass viel drüber diskutieren. Wir können auch uns von Promisse machen und dann hier. Okay. Schau. Sind wir doch alle damit fein. Jolin aus Jojo's Part 6 kenn ich noch nicht, aber ist für mich der einzige Grund, warum ich Jojo es gerade durchziehe, deswegen hoffe ich, sie ist gut. Ich sag, Jolin kommt auf A. Safe. Ich geh mit. Ich find Jolin ist vom vom also ja, Anime-wise schon eine der besten Jojo's. Die beste würde ich jetzt nicht sofort sagen, weil ich finde Joseph extrem nice, aber Jolin ist 10 von 10 und vor allem ihre Power, ihre Werte und dass du mal so eine richtig ehrgeizige Frau hast. Ich find, das ist ein richtig, richtig einfach ein sympathischer Cast. Ich find Jolin super. Sie ist auch der dreidimensionalste Jojo von denen, die wir deswegen genannt haben. Und ihr Drip. Ihr alles, Bro. Ihr Stand ist auch cool. selbst gemacht. Ah, let's go. Genau. Ich hab Demon Slayer nicht geschaut oder gelesen, deswegen kann ich Tanjiro nicht bewerten. Ich schon. Ich finde, Tanjiro ist ein relativ flatter Charakter. Seine Beweggründe ist halt seine, gar nicht mal die Rache, aber ich mein, seine Familie wurde ja umgebracht und so. Und dann geht halt diese Reise so los. Es ist für mich einfach ein sehr austauschbarer Charakter. Er hat gute Werte und er ist so dieser typisch Gerechte, der halt wirklich fast fehlerfrei ist von seinen Werten. Aber das stört mich halt auch gleichzeitig. Ich würde ihn so mit Deku actually auf eins tun. Ich würde ihn tatsächlich vor Jonathan Joestar packen. Ich mag Tanjiro nicht besonders. Ich mag Jonathan Joestar sogar mehr, aber ich finde, Tanjiro ist auch sehr basic, sehr bland, aber hat immer noch mehr zu bieten als der Charakter. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn über Meliodas packen würde. Nee, ist fine. Können wir definitiv hinter Meliodas packen. Ich würde ihn auf jeden Fall Zetier stecken. Er kommt ins Zetier, vor allem, weil sein deutscher Synchronsprecher Konstantin von Yashow auch Sora gesprochen hat in der deutschen Kingdom Hearts-Synchro. Deswegen hat er hier natürlich... Das hat nichts mit seinem Charakter. Funfacts mit Oro. Weil Tanjiro hat das Samurai-Zeitalter nach Deutschland gebracht. Hat er gemacht. Tatsächlich, ja. Das war. Das war auch Tanjiro. Deswegen auch war er direkt. Als nächstes kommt Agni aus Firepunch. Und ich muss sagen, ich kritische Firepunch ja sehr oft, weil für mich ist Firepunch ab Band 7 ein Verlauf. Bis dahin, die ersten sechs Bänder hat mich der Manga aber sehr unterhalten. Und ich finde, Agni ist ein unfassbar interessanter Hauptcharakter. Das darf man mal nicht vergessen. Also für alle, die Firepunch nicht kennen, die Prämisse hinter Agni ist, dass er quasi die Fähigkeit hat. Es ist eine Welt, in der Leute verschiedene Fähigkeiten haben und er hat die Fähigkeit, dass er unsterblich ist. Er kann halt nicht sterben. Jetzt trifft er direkt im ersten Kapitel seines Werks auf einen anderen Dude, der die Fähigkeit hat, von Amaterasu aus Naruto quasi ein Feuer zu machen, das für immer brennt. Das heißt, Agni brennt die ganze Zeit, weil er angezündet wird, aber kann halt auch nicht sterben. Also muss er irgendwie damit umgehen, dass er die ganze Zeit brennt. Es tut höllisch weh. Er wird dann aber quasi zu Firepunch und alles, was er haut, brennt ja dann auch für immer, aber er verbrennt halt auch die ganze Zeit. Das ist scheiße. Digga, was war mit Fujimoto eigentlich los, als er diesen Charakter gemacht hat? Aber super, super, super interessanter Take. Ich finde den Charakter auch geil. Ich finde seine Entwicklung glaubhaft und ich finde den wirklich, wirklich gut und trotz meines Firepunch. Oh, ich habe gerade irgendwie Bock, Firepunch zu reden. Was ist los mit mir, Digga? Mach den mal auf A, der ist schon gut. Mach doch direkt ein Crazy Fujimoto Video einfach. Ich mache gar kein Chainsaw Man Video. Ich lese einfach alles von Fujimoto. Alles von Fujimoto. Oh mein Gott. Wie gut ist Fujimoto wirklich? Wo ist A, Kevin? Ja, aber ich kann schon ihn nicht beurteilen, aber ich würde ihn schon hinter Aladin machen. Okay. Ich würde ihn hinter, ist okay. Ne, lass ihn da. Ne, mach ihn hinter Jolien, weil er ist nicht so geil. Valid. One Punch Man. Okay, Saitama. Saitama aus One Punch Man. Ja, der ist halt hauptsächlich ein Meme. Ja, aber ich finde, als er rauskam, war er ein sehr erfrischender Take. Das stimmt, aber er ist jetzt nicht mehr draußen. Aber ich, ganz ehrlich, ich vergleiche ihn jetzt zum Beispiel einfach mal mit Mesh und Mesh ist cooler. Mesh ist cooler, ja. Ich stimme zu. So wie Freezers Bruder. Deswegen ist für mich Saitama ein hohes C-Tier, wenn überhaupt. Aber ich würde ihn gar nicht, ne, es ist ein niedriges C-Tier für mich. Boah, echt? Ja, ich denke schon. Ich mag Saitama tatsächlich so. Echt? Also mehr als den B-Kassel? Ich mag ihn mehr als alle, die gerade in C sind. Aber ich mag ihn nicht mehr als einige in B. Okay, okay. Ja, okay. Sehe ich auch. Also ich kann dazu auch nur sagen, ich mag ihn nicht mehr als Shin, aber ich mag ihn auch mehr als Deku. Hm. Das ist also, es kommt eigentlich drauf an, Ende B oder Anfang C. Hm. Aber ich sag eigentlich Anfang C. Es ist so. Ich hätte Ende B gesagt für sein Konzept, aber Nick entscheidet. Ja, entscheid du, Nick. Anfang C. Okay. Okay. Gone aus Hunter x Hunter ist der Nächste. Wow. Oh, hier haben wir einen interessanten Take. Rufen wir mal kurz Torian. Nein, Spaß. Also ich muss wirklich sagen, Gone ist einer meiner Lieblingsschonen-Protagonisten. Das liegt da dran, weil du einmal diese, diese kindliche, naive Art hast, aber gleichzeitig diese stupide Loyalität und auch so dieses, Gone sieht die Welt einfach manchmal richtig einfach. Und ich finde, das ist voll beruhigend. und gleichzeitig hat er so eine Motivation und so einen Biss in den Dingen. Also wer hat größeres Durchhaltevermögen als Gone? So, ich glaube wirklich. Guts. Ja, okay, Guts. Ich habe aber von schonen Protagonisten geredet, ne? Ach so, okay. Ja, ich sehe das. Ich mag vor allem bei Gone eigentlich die Momente, wo es nicht mehr so ist. Also wo sein Charakter bricht, so im Chimera-End-Arc und wo er quasi die kompletten. Wo er so wie Milio das dann auf einmal wird. Ja, das weiß ich nicht, aber wo er den kompletten Gegensatz zu Meruem bildet. Das finde ich sehr schön. Auch hier wieder, was ich bei Tenma argumentiert habe, mit Johann kann ich hier mit Meruem und Gone argumentieren. Ich für mich ist das schon, ich würde ihn auch in der S packen. Ja, würde ich auch. Also ich sehe ihn schon hinter Shinji Ikari, weil der wichtiger ist für mich nochmal. Aber ihr könnt ihn auch an Anfang S packen, wie ihr wollt. Also ich finde, Gone ist definitiv ein S-Protagonist. Ich mag den. Vor allen Dingen, Gone begleitet einen durch das gesamte Werk. Und auch wenn es mal einen Arc gibt, wo er nicht so, ja doch schon, oder? Naja, ab Band 34 nicht mehr oder 33, da ist er weg. Ja. Ja gut. Ja, okay, Anime betrachtet. Ja, da ist er. Ja, stimmt, hast recht. Guck mal, ich finde ihn auch cooler als Naruto und Ruffy und so und Allen B. Und ich feiere Gone auch am meisten, wenn er seinen Knack hat. Und vor allem kann man rückwirkend Szenen betrachten, die einem vorher gar nicht so aufgefallen ist, wo sich das schon angedeutet hat, was ich geil finde. Aber ich finde, es wurde noch nicht so viel damit gemacht, außer mit der Szene im Chimera-End-Arc. Und es ist etwas, Togashi hat damit etwas gemacht, was die meisten Shonen-Manga kann nicht machen, was ich feier. So, aber ich ... Er ist halt ein kleiner Wichser. Ja, aber ... Er wird halt auch Resetive. Er kann ein kleiner Wichser sein, aber größtenteil des Werkes ist er einfach ein kompletter Ehrenmann, ne? Ja, aber wenn ich an Gone denke, denke ich eigentlich an Killua und wie sehr der mir leidtut, dass das sein bester Freund ist. Deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, Killua, ich liebe dich. Gone ganz nach hinten. Ich würde halt bei ihm nicht über A gehen. Ich persönlich finde Jolie schon cooler als Gone, aber Charakter wie Tenma und Shinji finde ich viel krasser. Das verstehe ich, ich möchte aber nicht wieder mit den Hunter x Hunter-Fans streiten, deswegen Ende ist. Wieso, wir streiten ja gar nicht mit denen, oder? Letztes Mal haben wir mit denen gestritten, als wir Hunter x Hunter nicht in Peak gepackt haben bei der schonen Liste. Echt? So, ich ... Ja, also ich sehe sein Potenzial auch. Ich finde, er hat es noch nicht ganz ausgeschöpft, um ihn erst zu packen, aber wenn ihr mich überstimmt, wir tun ihn. Nein, ich kann ihn auch noch. Vorne A, weißt du warum? Weil diese ultimative Trolliform, die er hat, die ist so hässlich, deswegen kommt er Anfang A, wo er so ein großer Trolli ist. Das ist wie dieser Squidward, der die Tür gegen die Fresse bekommt, Bro, also das ist das. Einfach, weil der Style nicht vorhanden ist. Ich würde euch jetzt nicht überstimmen, soll ich meinen ... Hunter-Fans, wir lieben euch trotzdem. Hä, obvious. Hunter ist ... 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 Hunter ist der besten Battlet schon jemals. Ja, ich finde das auch fair, Alter. Ja, ich muss auch, wenn ich ihn jetzt so neben Aladin sehe, sieht das schon richtig aus für mich. Ja. Ich wollte auch Hunter neben Maggi platzieren. Ist so. Ich finde, mit Thorfin aus Vinland-Saga haben wir unseren ersten Peak-Charakter, oder? Ja, ist so. Ich gebe ... 100 Prozent. Geil, dass wir da alle geiler gleicher Meinung sind, Junge. Das macht mich so glücklich. Bro, ich finde es auch cool. Ich will eigentlich gar nichts verraten. Ich auch nicht. Nee, nee. Lest Vinland-Saga. Guckt Vinland-Saga. Scheißegal was. Kevin und ich haben gestern drüber gesprochen. Wir spoilern nicht, was im Mangel gerade abgeht. Aber ich finde ... Alter. ... gerade ist auch wieder ein möglicher Wendepunkt. Oh. Und ich bin sehr gespannt, was Thorfin jetzt macht. Ja, ich sag's. Sorry, Redoes. Bin so aufgeregt. Ich wüsste gar nicht, was das Beste wäre. Und Thorfin ist ein Charakter, der wenig Erklärung bedarf. Die Entwicklung ist ein Alleinstellungsmerkmal. Fast schon wenige sind wie er. Er war ein Shonen-Main-Charakter. Er war Sasuke. Er war Habu-Yoshi. Er war jeder. Verstehst du? Und das ist alles glaubwürdig. Und er ist ultra cool. Er ist so cool. Ja, ich sag's, wie's ist. Also, er hat auch Potenzial, je nachdem, wie jetzt bei Vinland-Saga 211 zum Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen. Also, je nachdem, was Yukimura noch mit ihm macht, hat er auch Potenzial, find ich, bei Peak ganz vorne zu stehen. Noch krasser zu sein, gell? Ja, ganz, ganz vorne zu stehen. Und deswegen ... Es ist gar nicht mehr möglich für Yukimura, außer er macht's mit Absicht, den Charakter zu verkacken. Thorfin ist krank. Ja, Thorfin ist wirklich einfach goated. Ja, aber der gehört da schon hin. Wer kommt als Nächstes? Ich kann's nicht sehen. Jotaro. Jojos. Ich weiß nicht, mögt ihr Jotaro mehr als Jorno? Darf ich als Erstes sagen ... Okay, ja. Ich schmeiß den Tag rein. Ich find den Charakter scheiße. Was? Ich find ... Ich geh mit. Ich sag, ich find ihn cool, aber ich find auch nicht mehr, als dass ich ihn cool finde. Also, ich hab ihn nie gemocht. Ich check, dass er cool ist. Ich check, dass er badass ist. Ich find, dass der Charakter ist unfassbar eindimensional. Und das, obwohl er in verschiedene, Szenarien eingepackt wird, zum Beispiel in der Sensei-Rolle in Part 4 oder die Vaterrolle in Part 6. Ich find jeden Job, der mit diesem Charakter gemacht wurde, war einfach schlecht und eindimensional. Nicht überzeugend. Und er hat mich gelangweilt. Ich mag Jotaro nicht. Ich feier den nicht. Null. Und er beleidigt seine Mutter. Was mit dem? Ich find ihn jetzt nicht so scheiße wie Lazar, aber ich find ihn jetzt auch nicht so toll. Also, ich hätt ihn jetzt, ganz ehrlich, um echt zu sein, Das ist scheiße. Ich hätt ihn, ich hätt ihn, ich hätt ihn, ich hätt ihn, ich hätt ihn wortwörtlich einfach zu den anderen beiden JoJo's auf B gepackt. Bro, er ist der Grund, warum ich Part 3 nicht mag. Ja, ich hätt ihn auch hinter Giorno gepackt. Da hätt ich ihn hingepackt. Wenn du ihn so scheiße findest. Ich find ihn scheiße, sorry. Ich mag ihn gar nicht, ich mag ihn nicht. Boah, nee, ich find... Digga, der ist halt... Das ist der einzige JoJo, der vier Parts oder so... In vier Parts ist er dabei. In vier Parts war er scheiße, Digga. Er war nicht scheiße, er war ultra witzig. Er hatte schon coole Momente. Also, Bro, ich find nicht, dass er... Als ob er in Part 3 nicht mega witzig war, Lasse. Als ob du da nicht gelacht hast. Ja, er hatte schon ein lustiges Gespräch. Part 3 wurde gecarried von Jotaro und Joseph. Gar nicht, Digga. Part 3 wurde gecarried von Polnareff und... Ja, was von Avdor oder was? Ja, okay, doch, doch. Von Iggy und... Lazar ist Iggy einfach, ja, okay. Digga, jeder aus dem Part 3-Cast hat mehr gecarried als Jotaro. Nein, das ist... Das ist so cap, Digga. Du kannst mir doch nicht sagen, dass ein Kakyo mehr gecarried hat als ein Jotaro. Ja, okay, aber war auch scheiße. Ja, komm, Bro. Also, jeder hat mehr gecarried... Ja, komm, Mama. Also, ich sag, Jotaro, in Part 4 fand ich's immer gut, wenn er aufgetaucht ist. Weil da hat er ja diese Sensei-Rolle eher eingenommen. Da hat er mich nicht so gedacht. Ich weiß nicht, wer in Part 6 ist. Wie schlecht ist das? In Part 5 hab ich ihn jetzt auch noch nicht viel erlebt. Er war nur am Anfang kurz. Du wirst ihn auch nicht erleben, Mann. Ja, dann ist doch gut. Dann kann er ja nicht nerven. Was ist denn dein Problem? Er spricht halt auch nicht für ihn. In Part 5. Also, ich... Ich find's, du hatest ihn zu krass. Ich sag, du hatest ihn ein bisschen zu krass, Lasser. Wenn du ein Veto gegen den überzählst, kann ich... Ja, okay. Wir müssen... Ey, den 1-Z-Point find ich valid, wie er seine Mutter beleidigt. Okay, das kann's ihm wirklich hoch anreffen. Nein, das find ich base. Ich fand das trotzdem witzig. Also, ich... Ich fand's trotzdem witzig. Ich sag... Hey, Digga, ich... Wenn ich nur overrated Charakter-Zieles machen würde, der wäre ganz oben. Ich find den well-rated, Digga. Ich find den auch well-rated. Der ist der most iconic Jojo überhaupt wegen nichts, weil er cool aussieht. Hä, wieso der most iconic Jojo ist Joseph, Digga? Nein, es ist Jotaro. Part 3 ist most iconic Part. Wenn das stimmt, dann wäre das zu Unrecht so, aber, ähm... Bro... Ich find der Charakter echt... Ja, aber du sagst doch selbst, der ist der most iconic Jojo. Da musst du doch aus Prinzip Ende B packen. Ja, das... Ja, okay. Ich sag Ende B. Okay, komm. Komm. Mach. Ich kann den nächsten Charakter, das ist Asta aus Black Clover, glaub ich, oder? Ich kann ihn nicht beurteilen, weil ich hab's nicht gelesen. Bro, das ist... Ja, und ich hab's halt abgebrochen. Das ist... Der Charakter ist Rock Lee. Das ist auch geil. Ja, er ist auch cool. Äh, Asta ist ein cooler Charakter. Ich feier Rock Lee. Ich wünschte, Rock Lee wäre der Hauptcharakter aus Naruto und Naruto würde eigentlich Rock Lee heißen. Also, der Manga. Das wär so geil. Ich bin nicht mal ein großer Black Clover-Fan und Asta hat auch gerade am Anfang Momente, wo er ein bisschen langweilt so, aber er ist ein Shonen-Man-Charakter, der seinen Job macht. Er ist nicht krass. Er ist auch nicht scheiße, aber er hat diesen Rock Lee-Aspekt, den ich persönlich sehr feier und deswegen mag ich ihn. Magst du Asta mehr als Jotaro? Digga, mit Abstand scheiß auf Jotaro. Ach, du Kacke. Digga, Jotaro ist ein Sprach. Pass, ich kann's nicht beurteilen, aber Digga, wie kannst du denn Jotaro so krass hassen? Das ist doch gestört, Mann. Weil der Mikkel da nichts zu bieten hat. Er hat nichts zu bieten dafür, wie lang er da ist. Witzige Sprüche und ernstes Stil. Aber ganz ehrlich, wer... Jotaro ist lustiger, oh Gott. Nein. Jonathan ist lustiger als Jotaro. Ja, außer... Ja, siehst du, du sagst immer jeder, ich sag Beispiele, du sagst, ja, außer der. Ja, ja, ja. Ja, okay, ich hate den Jotaro ein bisschen zu hart vielleicht, aber ich finde den Charakter nicht geil, ich feier den nicht. Ja, aber wo kommt Asta hin? Ich würde den hinter Naruto und Raffi, hinter Josuke, hinter Jotaro, hinter Shin, vor Jotaro. Bro, Laza, du weißt schon, dass ich halt ein Jotaro-Cosplay auf der Dokumi mach, ne? Du hast auch Glück, dass ich dich gern hab, deswegen seh ich drüber hinweg. Machst du ein Jotaro-Cosplay? Ich hab so Glück. Ich weiß nicht, ich hab mir das irgendwann mal geholt und das liegt da und jetzt ist mir Aber Jotaro passt viel besser zu dir, du siehst aus wie Literally Him. Naja, okay, dein Problem. Oh, dankeschön, aber dann muss ich wohl so ein ... Dann, äh, komm, aber nee, ey, komm, also, ja, komm, mach, was du willst, ich kenn ihn ja nicht, ich kann nix beurteilen. Ich wär jetzt biased. Pack ihn jetzt dahin, bitte, jetzt irgendwo. Ich wär jetzt biased sonst. Schau, ich kann euch entgegenkommen, ich tu ihn ans Ende vom B, okay? Ja, damit wär ich, mein Tami wär zufrieden damit. Schau, das ist ein Statement. Asta ist legit kein schlechter Charakter, jetzt mal für dich. Sakuragi aus Slam Dunk ist der Nächste. Der ist einfach winzig. Ja. Ja. Bro ist einfach lustig. Aber findest du auch wieder overrated, Laza? Hast du wieder auch, ne? Willst den C-Tier packen, ne? Ich seh das schon mal in deinen kleinen Kissen. Nein, der Slam Dunk Sidecast find ich auch wieder sehr hervorstechend. Sakuragi ist witzig und er kann Judo. Ey, ganz im Ernst, ich finde das ein richtig valid A-Charakter. Nee, Mann, gar nicht. Nee, das seh ich ihn nicht. Ich seh ihn schon auch, ich hätt ihn ans Ende vom B gepackt. Das wär so mein ... Alle seine Dynamiken, die er hat, sind sehr eindimensional. Also, Bro, der beef sich mit Rukawa. Rukawa weiß nicht mal warum. Ja, aber das ist doch vollkommen related. Ich weiß, du mit wie vielen Leuten ich mich schon gebieft habe, aber ich nicht wusste, warum. Digga, lies mal den Manga zu Ende, das sagst du am Ende nicht mehr. Du denkst einfach nur, halt's Maul. Ja, okay, dann ... Ja, willst du ihn in C haben, Laza? Nein, ich würd ihn ins B packen, weil ... Ja, dann Laza ist okay, man pack ihn doch, aber bitte vor den ... Oder hinter ... Also, vor Shin, würd ich sagen. Ja, seh ich schon. Ja, komm, komm, mach mal. Ich mach mich so unbeliebt. Nee, die lieben dich wieder. Ich kenne den Part 9 Jojo nicht, das ist der nächste Charakter. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Nee, das ist Johnny Joestar aus Part 7, Digga. Ach so, den kenn ich auch nicht. Das ist der best ... Das ist der beste Jojo. Ja, das ist der beste Jojo, also wirklich. Naja, gut, dann ... Ohne zu spoilern, könnt ihr den irgendwo platzieren? Peak? Peak. Echt jetzt? Ja. Überdauert der sein Part? Also, ist der auch im Part 8 und 9? Oder wäre das ein Spoiler? Darf ich nicht spoilern. Okay, gut. Der dann ... Der essentielle Part ist schon Part 7. Ja, dann ich ... Aber er ist schon hinter Torfin, Digga. Ja, er ist hinter Torfin. Ja, dann mach ihn den Peak. Digga, seine Dynamik mit Gyro alleine ist, mach den Peak. Okay, mach den Peak. Digga, oh, du wirst ... Du wirst den lieben. 100 Prozent. Ja, wenn ich den nicht in den Peak sehe, nachdem ich es gelesen habe, werde ich den Podcast verlassen. Digga, ich geb dir 10 Euro, wenn du ihn nicht magst. Ich geb dir 100, wenn du den nicht magst. Ich hasse ihn. So, und dann ist das Paper gerade in Überweisung durchgegangen. Ich sag, der nächste ist Ichigo Kurosaki aus dem Lied. Und ich sag, ich weiß, ich weiß, was ihr sagen wollt. Der gibt sich nicht stielen mit Naruto und Ruffy. Ich sag A. Ich seh ein Ende A. Und ich sag auch warum. Eigentlich möchte ich's nicht argumentieren, weil ich hab ein ganzes Video dazu gemacht. Ich hab keinen Bock mehr. Mach ich ein Ende von A. Also, ich seh ... Ich find die von der Big Three schon cooler. Ich mag ihn am meisten. Same. Ich find, der Charakter gibt auch viel mehr her, als die Leute ihm Credit geben. So, er ist mehr als nur cool und will Freunde retten. Ja. Er hat geile Dynamiken, geile Symbolik. Ähm. Und er ist doch ... Vor allem dieses ganze Thema, sein Tod, äh, also, dass er ja wortwörtlich die ganze Zeit muss er sich mit dem Tod konfrontiert sehen durch sein Hollow, aber wird schon, seit er ein Teenager ist, auch damit die ganze Zeit konfrontiert, weil er der Einzige ist, der diese Hollows sehen kann. Ja. Parallel dazu hat er diese Geschichte mit seiner Mutter, die von einem Hollow getötet wurde. Er ist ... Also, ich möchte gar nicht ... Also, ich find ihn ganz ... Ich find ihn am Ende von A machen. Mhm. Ich find ihn nicht so cool. Ich find ihn ... Ich find ihn nicht auf ... Auf kurze Zeit gesehen, find ich, hat Agni die spannendere Entwicklung. Deswegen seh ich ihn am Ende von A. Ja, bin ich fein damit. So, wir können ja ein Statement setzen. Das ist der coolste Big Three-Protagonist. Let's go. Okay. Der nächste Charakter, ist das ... Ist das ... Joseph? Das ist ... Joseph, mein ich. Joseph aus JoJo's. Ja gut, aber der muss auch ... Also, ich find schon, der muss in A rein. Ich find auch, der muss Ende A. Der hat seinen eigenen Part gecarried und den Part vom anderen JoJo. Und seinen eigenen Part hat er anders gecarried, weil ich sag's euch wirklich, für mich ist JoJo's Part 2, der einzige Grund, das zu schauen, ist Joseph. Ja. Save call. Das will ich sagen. Save call. Kevin, ich hab neulich mit Levin über Joseph geredet. Der hat einer der lustigsten Stellen überhaupt, wo er gegen K.A.S. gekämpft hat und das erste Mal verloren. Wo er so wegkriecht. Und K.A.S. schaut ihn ja mal an. Und er guckt so weg und er bleibt einfach so lieben. Der Typ ist so lustig. Junge, ich hab so gelacht. Ich hab das getwittert damals, als Video, als ich das gesehen hatte, weil ich das so witzig fand, Junge. Ja, und vor allem, ich hab nur den Manga von Part 2 gelesen und hab nur wegen der Stelle dann das nochmal im Anime nachgeschaut, weil ich das so witzig fand. Also, mach den rein, wirklich. Mach ihn vor Jolien. Vor Jolien. Ja, ich seh ihn auch. Vor Jolien. Das ist schon geil. Joseph ist schon ein guter. Joseph ist scouted. Für den nächsten Charakter, das ist Son Goku aus Dragon Ball. Ich möchte jetzt nicht schon wieder. Ich möchte nicht schon wieder. Ich möchte nicht. Guckt Lazars Video, sein erstes YouTube-Visor hochgeladen hat und mach ihn einfach in den Peak rein. Ja. Ich könnte einen ganzen Paragrafen jetzt machen. Hintertorfin. Ich könnte jetzt einen ganzen Paragrafen machen. Ich, okay. Ich beuge mich. Okay. Hintertorfin, ja. Okay, gut. Schaut mal ein Video, wenn ihr wissen wollt, warum. Ist das der Bro aus Gurren Lagann? Ich glaube schon, oder? Digga, Gurren Lagann ist bei mir so lange her, aber das ist der, ja. Ist das der, der sagt, glaub nicht an dich, glaub an mich, wie ich an dich glaube? Weiß, ich hab die deutsche Synchro nicht geguckt. Ja, er sagt so, ey, Junge, ich weiß nicht, Gurren Lagann ist bei mir so lange her, aber ich weiß, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Anime. Ich hab den in zwei Tagen geschaut und ich schaue nie an ihn. Ja, Gurren Lagann ist richtig gut. Und ich weiß noch, wie er immer so, glaub nicht an dich, glaub an, dass ich das an dich glaubt. Und dann so, ah. Ey, ich weiß nicht mal, wie er heißt, deswegen kann ich ihn nicht bewerten, aber ich weiß, er war lustig und cool. Wenn er das ist, ist er das glaubt. Er war safe lustig. Boah, ich glaube, ich würde ihn ans Ende von A packen oder so, oder? Dafür kenne ich ihn nicht mehr gut genug. Also, ich kenne ihn, äh, Laza, hast du eine Meinung? Ich, das Gurren Lagann ist bei mir ernst lang her. Same, bei allen von uns dreien. Wir können auch sagen, wir bewerten das, vorsichtshalber nicht, aber ... Ich glaube, er hieß ja nicht irgendwas mit K, Kam, äh, wie hieß er denn? Kam? Nee. Oh, nein, ich muss jetzt selbst drauf kommen, ich weiß es fast. Alle haben immer nur seinen Namen. Eigentlich ist er relativ, ich spoiler kurz Gurren Lagann, er ist relativ am Anfang, glaube ich, sogar gestorben und dann ging's nur drum, ihn so hinterher zu jagen, seine Legacy. Wie hieß denn der? Simon, oder? Simon, nein, Gurren Lagann, Kamina, Kamina, Kamina heißt er, oder nicht? Ist das nicht Kamina? Digga, scheiß mal auf den, ich erinnere mich nicht mehr an Gurren Lagann. Kamina ist auch aus Gurren Lagann, aber das ist nicht der MC. Ach, ist das, ist das, ach, das ist nur der kleine Bro, der Kamina nacheilt hat. Scheiß auf den, Digga, der ist ja gar nicht witzig. Hä, auf den ist richtig krass geschissen. Mach den mal, mach den mal weg, Digga, mach den, mach den auf C, Digga. Also ganz, ich dachte, ich dachte, das ist Kamina. Der ist ja, ach nee, komm. Doch, der MC ist aber schon cool eigentlich. Ja, aber er ist nicht Kamina, mach ihn auf C. Ich müsste Gurren Lagann noch mal rewatchen. Ich auch, ich fühle mich nicht konfident, mich über ihn zu äußern. Ich mich auch nicht, aber er ist nicht Kamina und ich bin richtig enttäuscht deswegen und deswegen muss er auf C. Oder wir nehmen eine neue Tierlist, ist nicht Kamina. Nimm ihn raus. Mach ihn weg. Ja, lass ihn weg. Wir bewerten ihn mal weg. Wir kennen ihn nicht safe. Ich mache jetzt einen Unterpunkt für Werten wir nicht. Nein, nein. Ach so, ach so, sorry. Ja, okay. Ich hab mal den Fressen. So, während er seinen Unterpunkt macht, was ihr nicht seht, weil wir das ja gecuttet kriegen, ist der nächste Charakter Punpun aus Gute Nacht Punpun. Und ich würde sagen, das ist ein Peak-Charakter. Echt? Ja, also der macht ja genau, was er soll. Also der, ich mag ihn nicht. Ja, der macht, was er soll, aber ja, aber ja. Der ist autorentechnisch. Doch, ich seh das schon. Also die Meisterleistung hinter dem Charakter und wie er mit seinem Werk interagiert und sein Design. Also, also das Konzept von ihm. Man kann ihn schon auf Peak argumentieren. Aber ganz alles, was er gemacht hat, so authentisch glaubwürdig. Ich werd nie über dieses eine Szenen hinwegkommen, wo er, das ist jetzt keine wichtige Szene, aber als er in diesem Café mit Eiko saß und sie ihm so ein Auge aussticht und er sitzt so da und niemand macht was, wo ich mir denke, Digga, soll ... Ja, ist ja gar keine wichtige Szene gewesen. So soll das ja nicht das sein. Ich fand, das war eine Szene, die er mir etwas sagen sollte, aber ich fand sie im Kontext irgendwie viel zu übertrieben. in physischer Form verdeutlichen, was die emotionale Form der toxischen Beziehung dahinter schon ... Ja, fand ich nicht glaubhaft. Also, die Sache ist, ich fand Punpun bis dahin sehr glaubhaft, aber ab da ist es mir ein bisschen abgedriftet. Ich fand ihn nicht mehr so authentisch wie bis dahin. Ich find, nee, ich find auch seine Endlösung ... Dach man das sagen? Digga, was ist denn mit dir, Junge? Seine Lösung am Ende, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, seine Auflösung. Digga, das waren zu viele H-Boy-Jokes, ich bin ehrlich. Ich hab gar nicht, es war gar nicht, Bro. Hä? Ach du Scheiße. Mach ihn ans Ende von Peak, bitte, und dann möchte ich kurz was zu der Liste an sich sagen, weil scroll mal kurz hoch, weil mir ist grad was aufgefallen und mich richtig nervt. Ähm ... Wenn ich das jetzt noch mal so sehe, finde ich, wir haben am Anfang zu schnell gefeuert, Niek. Dieser Tenma am Anfang von S stört mich richtig. Was? Also ich find Tenma ... Also vor Alita und Shinji seh ich den einfach nicht. Was? Immer wenn ich den da sehe, Bro. Ihr habt direkt Peak gefeuert, so. Ja, ich weiß, aber umso länger wir drüber reden und andere Charaktere ... Du willst ihn auf A packen? Nein, ich will ihn hinter Shinji packen einfach nur. Können wir schon machen, das seh ich auch. Ich find Shinji auch krasser. Also ... Ja. Shinji hat mehr ... Und er hat mehr gemacht, also ... Fürs Werk und für die Welt. Ja, wenn's da so ein Kitzel im Auge ist, so passt es mir besser. Das hat mich wirklich gestört. Jetzt bin ich zufrieden, jetzt können wir wieder runtergehen. Okay. Okay. Oh. Oh. Nakoshi heißt der aus Homunculus. Aus Homunculus. Der bricht ... Ich find, der Niek fängt an. Ich hab's nicht durchgelesen. Ja, soll ich anfangen? Let's go. Also, ein Charakter, mit dem man sehr, sehr krass relaten kann, wenn man ihn irgendwann versteht. Und man versteht ihn relativ spät. Und das ist das Interessante, was sich auch über Homunculus so in dem Werk halt, so durch das Werk bewegt. Und du fragst dich halt so, was ist das für ein Mensch? Und ich finde vor allen Dingen diese Interessefrage, die war halt bei mir sehr krass. Ich wollte ihn immer verstehen. Und ab Band 6, 7 wird's auf einmal ein bisschen deutlicher, was sein Problem ist, sein psychisches Problem. Und ich find ihn einfach insane interessant. Auch, dass er, nachdem er sich nachher sein Loch wieder zumacht, unbedingt das Loch wieder aufhaben möchte, weil es ihm so wichtig ist, dass er die Menschen erkennen kann oder er sehen möchte, was die anderen von ihm denken oder was vielleicht sein eigenes Problem ist. Und deswegen ist es für mich ein Pi-Charakter. Also, ich find's cool, wie du sagst, dass man den Charakter erst sehr spät versteht, weil ich finde auch, ich find das ist sogar ein halber Plot-Twist, wann's Klick macht, wenn man den Charakter checkt. Ja. Ähm, ich checke, peak, ich wär eher bei S, weil nicht alles mir an ihm taugt. Ja, versteh ich auch. Ähm, ich kann auch nicht zu 100 Prozent mit ihm relaten, vor allen Dingen mit so ein paar weirden Aktionen. Aber das Ding ist, dass ich den, ich hab seltenen Charakter und das, du sagst ja selbst, es hat ja auch mit diesem Plot-Twist zusammen zu hängen. Aber ich hab seltenen Charakter, wo ich mich über Bände hinweg in diesem Werk frage, wie tickt der eigentlich? Und ich bin so interessiert, ihn irgendwie zu verstehen und in seinen Kopf hineinzuschauen. Und für mich hat er so einen aufgeweckten, interessierten Eindruck die ganze Zeit gemacht, auch wie er andere Menschen kennenlernen möchte durch seine, durch seine Augensicht und sowas. Dass ich, ich find den Charakter unfassbar interessant und geil. Für mich hat er halt gecarried in diesem Werk, weißt du? Ja, der Karst ist auch sehr klein. Ja gut, er besteht basically aus zwei Personen, ne? Ähm, was ich am coolsten an ihm finde und das feier ich wirklich, ist, dass er so ein unfassbarer Heuchler ist. So, was er predigt und was er selber nicht macht, ist schon krass. Und wie glaubwürdig das gemacht wird. Ich weiß nicht, findest du ihn krasser als Tenma? Ja. Shinji? Nein, ich find ihn interessanter als Tenma. Ich find ihn interessanter als Tenma. Was heißt krasser? Tenma ist ein Held, aber er ist ein Mann mit Problemen, so. Er ist Loki, ein Bösewicht auch. Was? Ja. 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 Also, find ich, Nakoshi kann man schon sagen. Wieso, aber er hat doch, er hat doch die psychischen, äh, nein, Moment. Er hat doch die psychischen Probleme von den Leuten genommen. Oder er hat sie jedenfalls versucht. Bei der Frau hat er es nicht geschafft. Und wie er es gemacht hat, verwerflich, bla bla, auf jeden Fall. Aber bei dem, wie heißt er nochmal, ähm, der ihn operiert hat, hab ich den Namen vergessen. Äh, der, wie hieß der? Ich hab's vergessen. Der Bre, der ihn operiert hat. Er hat ja wirklich, er hat ja wirklich sein Leben verändert ins Positive. Er hat ja sein Outing quasi bewerkstelligt. Und ich find, das ist so, so schön. Also, ganz, ganz im Ernst, für mich ist das kein Bösewicht. Ich finde, in vielen Hinsichten steckte da sehr viel Eigensinn dahinter. Ja, okay. Ähm. Also, du meinst, es ist so ein bisschen eher so ein bisschen egoistisches Ding gewesen bei dir? Dieses Machtgefühl vielleicht? Vieles hat er nicht gemacht, weil er unbedingt Leuten helfen wollte, verstehst du? Ja, okay. Den Punkt check ich komplett. Okay. Valid. Das macht ihn für mich, aber nicht gleichzeitig zum negativen Beispiel. Ja, ja, nee. Er ist halt sehr facettenreich. Muss man ihm lassen. Ja. Also, ich check's. Ich check vor Shinji. Alita, weiß ich nicht, muss Kevin sagen. Ich würd ihn nicht vor auf Punpun packen. Ich mag Alita mehr, weil sie ist heißer. Valid. Dann packen wir ihn auf S und ihr könnt ihn da gerne ... Vor eine S würde ich ... Geh ich mit. Ich seh ihn auch vor Shinji, kann man wirklich machen. Ja. Ähm. Ist ein guter Place für Nakoshi, denk ich. Okay. Okay. Okay, der nächste ist wieder ein Jojo, den ich nicht kenne. Gabby? Ja, okay. Das kenn ich nicht. Der zweitbeste Jojo nach Johnny. Ich kann auch nichts dazu sagen, denn ich hab Part 7 noch nicht beendet. Er hat die beste Mystery. Er ist mega cool. Aber es ist die Mystery, die ihn carrient. Ich würde ihn ... Boah, ich ... Ich pack ihn hier hin. Ey, du machst ihn nicht vor Alita, wenn ich den nicht kenne. Also. Also, ich könnte das Argument umdrehen. Ich kann Alita nicht erheißen, okay. Ja, aber das ist ja deine Schuld. Das ist ... Das ist ... Das ist ... Das ist ... Ja, aber deswegen ... Bei Johnny hab ich euch schon Vorschusslorbeeren gegeben. Deswegen kann ich hier nicht den zweiten Jojo hier ... Gabby ist ein geiler Allrounder. Er ist mega cool. Der nächste ist Ogami Ito aus Long Wolf and Cup. Und ... Mit dem Charakter ... Also, es passiert schon viel mit dem Charakter, aber es passiert nichts Unerwartetes. Ich sag's mal so, wenn ihr den ersten Band der Master Edition von Long Wolf and Cup gelesen habt, wisst ihr, was euch die restlichen zwölf Bänder erwarten wird mit dem Charakter. Er ist ein ehrenhafter Samurai. Er ist ... Er kommt in Situationen, wo er seine Ehre aufgeben muss. Gleichzeitig ... Er ist halt umherstreunt. Die Dynamik mit seinem Kind ist ganz cool. Dass er auch immer wieder so gnadenlos quasi benutzt, um Feinde irgendwie zu besiegen. So als Falle beispielsweise. Oder indem er in den Kinderwagen ein Messer reinbaut. Oder das ist insane. Also, ist wirklich ikonisch der Typ. Hat sehr viel inspiriert. Legacy Point. Also, ja. Und ich mag ihn halt. Also, ich find, das ist so ein bisschen so ein früherer Miyamoto Musashi-Gefühl. Also, da würde ich den ... Und ich würde den auf B packen, weil er hat jetzt nicht so viel Greifbares wie die Charakterin A, würde ich sagen. Also, dass man sich den jetzt nimmt und sich denkt, das ist ein Charakter, den seh ich und den ... Aber ich find ihn auf jeden Fall besser als ein Naruto. Ja? Okay. Dann vorne B? Ja. Ja, kann man. Ich weiß nicht, was er da sagt. Ich bin gespannt. Ich hab das Werk noch nicht gelesen. Ich hab hier. Ich werd's auf jeden Fall mir noch reinziehen. Ich seh ihn ... Ich seh ihn auch im B. Ich seh ihn auf jeden Fall vor Dings Sakuragi. Und irgendwo zwischen Sakuragi und Naruto. Aber ... Ja, mir ist auch egal, wo du ihn noch platzierst. Ich hätt ihn so ... Ja, kannst ihn auch hinter Ruffy tun. Ist doch auch fein. Why not? Hinter Naruto und Ruffy find ich ihn eigentlich ganz gut. Aber ich wär auch woanders fein. So, Leute. Hier können leider zwei andere aus Peak nichts zu sagen, weil sie sich noch nicht ... Wer ist denn der nächste Charakter? Sag das mal für die Spotify-Leute. Das ist Mob aus Mob Psycho 100. Das ist Zeitama mit Haare? Nee, das ist besser als Zeitama mit Haare. Mob ist einfach so ... Digga, Mob ist einfach geil. Ja. Ja, wo willst du ihn denn platzieren? Ich kenn ihn nicht. Ich hab nur ein bisschen was gesehen, aber vertrau nicht meinem. Ich hab die erste Folge gesehen. Mob ist von allen Comedy schon ein Anime der beste Protagonist. Also auch besser als Mesh, würd ich sagen. Wobei Mesh schon sehr cool ist. Aber Mob ist noch mal ein bisschen mehr charakterlich. So. Und ich ... Boah. Ich muss kurz überlegen. Wo würde ich Mob hintun? NDS? Ja. Krass. Du würdest ihn vor Gon packen? Ich würd ihn vor Gon packen. Vor Jolene? Vor Joseph? Ich kann mir ... Also, ich weiß, ich glaub dir, dass das lustig ist. Und wenn ich's mir anschaue, will ich's bestimmt auch lustig finden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mich der mehr zum Lachen bringt als Joseph. Also, ich kann's mir aber nicht vorstellen. Er nicht an sich. Sidecast ist halt auch genial in Mob Psycho, ne? Wodurch das ... Nicht der einzige Charakter ist, der dieses Werk carriert. Ja, dann tun wir ihn ... Ihr müsst das auf jeden Fall schauen. Und dann würde mich eure Meinung extrem interessieren. Dann tu ihn aber ... Dann tu ihn aber so vor Joseph. Ich find den schon besser. Okay. Als Main-Charakter. So. Ja, als nächstes haben wir Miyamoto Musashi aus Vagabond. Der kann direkt auf Peak. Die Frage ist nur, wo ... Jetzt müssten wir eine Grundsatzdiskussion machen, weil ich seh ihn vor Thorfinn. Wahrscheinlich wird Lazar gegen argumentieren, dass es nicht so ist. Nick wird sich uneinig sein. Also, was sagt er? Gut hervorgehsagt, weil das Ding ist, ich wüsste wirklich nicht, welchen MC ich besser finde. Ich seh ihn auf einer Stufe mit Thorfinn. Ja. Ich find, die nehmen sich nicht so viel. Viele finden Musashi besser. Ich finde, das ist Thorfinn nicht ganz gerecht. Ich sag mal so, Thorfinn hat jetzt das Potenzial, besser zu werden. Aber er ist es aktuell noch. Ich find, ja, ich würd auch sagen, die sind auf einer Ebene. Aber Musashi hat für mich ... Der hat mich noch mal irgendwie auf eine andere Seite ein bisschen emotionaler berührt. Okay. Und deswegen seh ich ihn ein bisschen nasenspitze, ein Zentimeter vor Thorfinn. Findest du ihn auch besser als Goku? Ich schmeiß es nur in den Raum, oder? Ja, ich find ihn auch besser als Goku. Auf jeden Fall. Ich find ihn auch besser als Goku. Okay, ja, ich halt mal so. Ey, Digga, Goku ist schon im Peak. Was willst du denn noch für den Charakter haben, Alter? Nee, ich will nur das in den Raum schmeißen. Okay, wir können ihn schon hierhin tun. Ich diskutier nicht einmal. Also, guck mal, Goku ist ja für mich nicht mal der beste Dragon Ball Charakter. Also, ich mag Gotenks am meisten, weil er ist einfach der lustigste Motherfucker, der er wird. Kaka geht da. Okay, okay. Na, Gotenks ist schon witzig. Also, wenn ich jetzt gerade wieder über Gotenks nachdenke, ist es für mich einfach lustig. Oder Trunks mag ich zum Beispiel auch mehr. Also, Future Trunks. Spricht aber auch für den Cast. Ja. Okay. Ist das nächste Foss aus Land der Jubilänen? Land der Jubilänen. Es ist ein Peak-Charakter. Ich find ihn, sie, es. Xir. Xir. Ihn, den Charakter. Ich würd ihn vor Johnny packen. Vor Johnny? Ja, da geh ich mit. Der Letzt machen wir. Warum? Will jemand kurz Foss ausführen? Einfach Land der Jubilänen lesen, das kann man nicht erklären. Man kann's echt nicht erklären. Das ganze Werk kannst du nicht erklären. Lies es einfach, dann wirst du dir nach den ersten drei, vier Bänden denken, was haben die Jungs von Peak mir für Scheiße empfohlen. Oder besser gesagt, lies es durch. Man darf es gar nicht erklären. Man darf nicht alles vorwegnehmen. Nee. Aber, äh, der nächste ist Kaiman aus Doroidoro und ich find, der muss auch auf Peak. Das ist ein Peak-MC. Ohne Wenn und Aber. Das ist wirklich, der ist einfach, der ist, das ist der, erstens, okay, Laza, ich versuch jetzt nicht zu spoilern, weil alles, was ich jetzt verraten würde, wäre zu spiel. Ich bin 30 Kapitel drin, ich fand den geil, der Rest muss du sagen. Erstens, er ist arschwitzig. Ja. Also, alleine wie er reinkommt im ersten Kapitel, wie er einfach diesen Dude den Kopf abbeißt und mit ihm redet, Bro, und ihn fragt, was geht. So, die Mystery ist cool. Dann, gleichzeitig, wer er alles noch, also, ich kann's gar nicht sagen, wer alles noch ist, wie seine Connection zu dem ganzen, zum Worldbuilding, zum Antagonisten, so, der ist viel zu cool. Nein, wirklich, also, was du ja auch gesagt hast, die eigentliche Frage bei Kaiman ist über das Werk auch, wer ist Kaiman eigentlich? Bro, am Ende des Tages? Das ist so krank, dass du einen MC mal einfach nicht in der Hand hast und sagst, okay, das ist Kaiman, sondern du dich die ganze Zeit fragst, was ist dieses Geheimnis auch um Kaiman? Und das ist nicht so wie das One Piece, so das Geheimnis in diesem Werk, sondern das ist halt eine Sache, die nebenbei gelüftet wird und du immer mehr über diese ganze Vergangenheit erfährst. Digga, Kaiman ist für mich komplett goated. Außerdem mag ich auch übertrieben seine Beziehung mit Neu, nee, nicht Neu, wie heißt denn die andere? Wie heißt denn seine beste Freundin? Och, Digga. Ja, auf jeden Fall sie, die die ganze Zeit nude ist, weil er sieht sie quasi die ganze Zeit, sie ist gefühlt auf jeder zweiten Seite nackt, aber du merkst, da ist gar keine so sexual tension bei den beiden, die sind einfach Homies. So, die sind einfach so, der will seine Gyoza essen, der Kellner, dann isst er aus, weiß ich nicht, die ganzen Gyoza auf, also Kaiman ist wirklich, lest das einfach, ihr werdet ihn lieben. Wo? Peak? Ja, wo? Äh, vor Punpun. Ich weiß aber nicht, ob vor den Jojo, deswegen, pack ihn vor Punpun. Okay. Na doch, da seh ich das Potenzial auch. Ich kann nicht erkennen, wer der nächste Charakter ist. Das ist Shinra aus Fire Force. Digga, was für Fire Force, meine ich natürlich. Das kann ich nicht beurteilen. Sehr cooler MC, sehr cooler MC. Er ist cool. Wo würde er jetzt so hin? Ich finde ihn besser als die Protagonisten aus C, finde ihn aber nicht so gut wie die Protagonisten aus A. Ich finde Ichigo besser. Ich finde auch Ichigo besser, ähm, wir können ihn hinterher schimpacken, oder? Ja, ja, doch, doch, ich seh's. Passt, oder? Vor Aster seh ich, ich seh auch vor Jotaro. Kannst du mal kurz zeigen, wie viele Charaktere es noch sind, weil wenn wir hier zwei Stunden sitzen, wollen wir einen zweiten Part vielleicht machen, weil das sind noch, also ich seh da einige, über die man alleine schon 20 Minuten reden kann. Wie lange nehm ich denn schon auf? Wir sind jetzt bei einer Stunde 15 und das Ding ist, guck mal, wir kommen locker auf zweieinhalb, wir haben hier einen Aaron, geh mal runter, wir haben hier einen Edward, wir haben hier einen Ken Karnicki, also. Leute, schreibt mal kurz in die Kommentare, sollen wir jetzt einen zweiten Part aus dieser Folge machen, oder sollen wir das jetzt in einem durchziehen? Wäre echt wichtig, lass mal schnell Feedback da. Die wollen, dass wir durchziehen, siehste, haben sie grad geschrieben, aber ich sag's wie es ist, wir haben ja noch einen Light Yagami, also ich muss heute noch ins Gym. Achso, keine Zeit mehr? Also, nicht wenn wir zweieinhalb Stunden aufnehmen und zwei Stunden wird auch eng. Okay. Wir machen hier eine Pause und wir bringen einfach am Sonntag zwei Folgen oder wir bringen am Montag eine extra. Ich bin gar nicht mehr da, ich bin ab morgen im Urlaub. Ich bin nicht mehr da. Wir können die zweite gar nicht aufnehmen. Dann, Leute, wir müssen jetzt durch, dann müssen wir jetzt durchziehen. Let's go. Dann machen wir Speedrun jetzt. Wer ist der Nächste? Das ist Arisu aus Alice in Borderland. Ryohei, ja. Ich finde den Charakter sehr geil. Er wird von so ein bisschen zu einem Waschlappen, zu einem echt Badass Boy. Er ist mega sympathisch. Schlau. Ja, aber er ist kein Peak-Character. Er ist kein Peak-Character. Ich seh ihn auch nicht. Er ist ein S. Nee? Ich weiß nicht mal, ob ich ihn auf S sehe. Ich würde ihn auf A packen. Ich würde ihn auch auf A packen vorne. Ganz vorne. Okay, dann ganz vorne A. Okay. Das finde ich eigentlich valid. Okay, Undead aus Undead Unluck. Ja, boah, der ist schon korrekt und cool und sowas. Aber ich finde, er ist ein B-Main-Character. Mehr nicht. Wo genau? Pack ihn so mittig oder so. Hinter Giorno. Hinter Giorno da. Frosakuragi? Ja, irgendwo da. Pack ihn auch hinter Shin einfach. Zack. Passt. Oh, Kafka aus Kaiju No. 8. Boah, ich mag ihn richtig gerne. Hab ich nicht gefühlt. Weil das ist ein MC, der so alt ist wie ihr. Der ist älter als ich. Ja, ich weiß. Aber er ist 33 oder so. Und keine Ahnung, der ist halt voll fresh. Ich mag ihn. Ich mag Kafka. Was soll ich sagen? Sagst du ihn über B? Das ist halt das Problem mit den ganzen Neuzeitschonen. Keiner ist für mich irgendwie über B. Ja, aber das ist doch dein Take. Okay. Dann pack ihn neben den MC von Andead. So, ich find Kafka ein bisschen cooler, oder? Er ist schon erfrischend. Allein schon, weil er so ein alter Sack ist quasi. So kein Standard schon im MC. Okay, der nächste ist Eren Jäger aus Attack on Titan. Was laberst du? Wer ist das dann? Bro, das ist ... Äh, wie heißt er? Shin, Shin irgendwas aus Bright Sun Dark Shadows. Ich weiß nicht, wer das ist, Bro. Sieht aus wie Eren Jäger, literally. So ein nice der Ex. Bro, wenn das nicht Eren Jäger ist ... Digga, wie heißt er noch mal? D, weil er aussieht wie Eren Jäger und nicht Eren Jäger ist. Wie heißt er noch mal? Ähm, Bright Sun Dark Shadows. Ja, guck mal, du weißt nicht mal, wie er heißt. Wie kann er da sein? Shunpei? Hallo, das war mein ... Shunpei, Shunpei. Das war, äh, Uro, das war mein allererster Manga, den ich wieder gelesen hab, als ich Manga angefangen hab vor vier Jahren oder drei, ne? Just saying. Ist ja logisch, dass ich ... Und ich hab eh ein Problem mit Namen. Also ... Ja, aber wo soll Eren jetzt hin? Bright Sun Dark Shadows, das wird ein Werk sein, Uro, was du wieder auf der Main Channel reviewen wirst irgendwann und sagen wirst ... Boah, wie konnte ich dieses Werk nicht lesen? Ja, das glaub ich nicht. Das ist schon cool. 100. 100. Du kannst direkt zurücküberweisen von den 100, die eben kamen. Das kam gar keine 100. Er ist ein A-Hauptcharakter und da diskutier ich nicht mit. Mach Eren jetzt ein A, komm. Das ist nicht ... Das ist Shunpei. Shunpei. Und, ähm, der kann gerne so ... Der ist ... Der kann da so gerne hin. Ich würd die nicht über Joseph packen, tatsächlich. Mhm. Pack ihn hinter Jolinen einfach. So vor Agni würdest du sagen? Ja. Ja, würd ich schon sagen. Okay. Dann ... Wer ist das denn? Ist das der Sun aus Blood on the Tracks? Äh ... Wer ist das? Äh ... Wir wissen alle nicht, wer das ist. Er kommt in nicht gelistet. Digga, ich check nicht, wer das ist. Bin ich grad blöd? Mach ihn weg. Ja, okay, scheiß auf ihn. Wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Der Angie. Oh, chill. Also ... Also, jetzt noch mal bitte. Meine Frage vom Anfang her. Wie fandet ihr denn das neue Chapter? Ähm ... Ich finde, das neue Chapter ... nicht ... Ich ... Ich find ... Ich find das nicht so ... Es ist klar, es ist unangenehm. Es ist klar, was Fujimoto damit machen will. Er will zeigen, ich hab die Balls. Ich kann der Jump so ein Chapter releasen. Es soll unangenehm sein. Es soll einen gewissen Sex-Drive behandeln. Es ist offensichtlich eine Evangelion-Referenz. Ich find's nicht so schlimm, wie alle tun. Es ist ... Es ist halt ein Aufhänger. Das Internet redet drüber. Aber es ist nicht wirklich was Besonderes. Ich fand's ein bisschen schade, dass es nur 15 Seiten hatte. Hätte man auch 20 Seiten machen können. Und ... Ich fänd's cool, wenn's besser gezeichnet wär. Hätte mir besser gefallen. Ja, es war eher so ... Das ist crazy, aber wie Fujimoto immer schlechter zeichnet gerade, oder? Das ist wirklich krass. Ich hoffe ja, dass in den Tank-O-Porns er dann halt ausarbeiten wird, was er dann nur skizziert vielleicht. Das ist so meine Hoffnung. Ich glaub auch nicht. Aber ich mag Denji. Und ich lese ... Ich remediere gerade James-O-Man. Und ich bin jetzt am Ende von Part 1 schon wieder angekommen. Ich hab innerhalb von einem Tag das Ding so viel gelesen, weil der Laserfluss ist insane. Denji macht eine kranke Entwicklung durch. Bis elf quasi? Ja, ja. Also, der macht eine kranke Entwicklung durch. Ich will jetzt nicht groß was spoilern, aber es ist keine wichtige Szene, die ich jetzt spoilere, aber es gibt eine Szene, da zum Beispiel der Arki, einer seiner Homies, der ist im Krankenhaus und heult. Und dann steht Denji so davor und der mag den halt nicht. Und dann sagt er so, scheiße, jetzt hab ich mein Manga da drin vergessen und ich hab eigentlich gar keinen Bock, jetzt reinzugehen zu diesem Wixler. Und du merkst, du denkst dir so, Denji ist einfach relatable, Digga. Aber jeder hat sich sowas schon mal gedacht. Du siehst so einen Kollegen auf der Arbeit und du denkst dir so, boah, der ist jetzt traurig, ich muss mit dem reden, aber ich hab eigentlich KB, Digga. Ich will nur essen. Für einen MC ist das schon echt real und auch ... Ich sag mal, weil er halt wirklich einen uniken Take darauf hat. Ich hätte ihn fast auf Peak gepackt, aber es ist auch okay für mich. Nee, ich hätte ihn ... Aber ich hätte ihn nicht auf Peak gepackt. Real Talk, wenn Pun Pun auf Peak kann, dann kann Denji, finde ich, auch auf Peak. Finde ich eigentlich auch. Weil Denji erfüllt ähnliche Kriterien, er passt seine Rolle komplett an, er ist was sehr Erfrischendes und ich finde, man hat einfach Spaß mit ihm als MC. Ich bin auch der letzte Chainsaw Man Glazer, das weiß jeder, ich kritisiere das oft genug. Aber Denji ist schon, ist eine Marke und ich denke ganz oft beim Lesen, denke ich mir, Digga, ist das cool, dass ein Charakter einfach sagt, was ich denke. Und also, ich würde ihn ein Ende von Peak machen, tatsächlich. Ja, same, würde ich auch. Ja, Lazar? Mach ihn an Anfang von S, wenn du musst, aber ich bin für Ende von Peak. Also, Digga, Nakoshi, Gepi, finde ich, Shinji, Tenma und Lelouchi, finde ich alle krasser. Ich mag Alita auch mehr, aber ich finde halt, ich finde den einfach Erfrischendes. Oh, aber das Ding ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ganz viele S-Charaktere besser finde als Pun Pun, aber Pun Pun passt, das haben wir auch gesagt, passt sich dieser Rolle in dem Werk extrem gut an. Auch Pun Pun ist nicht, nicht da oben, weil er einer meiner Lieblingscharaktere ist. Genau, genau. So, also, es ist halt ... Der Typ ist iconic. Okay, gehen wir jetzt auch wieder in Designs rein, Digga. Chainsaw Man als Design. Guck dir den an, der ist einfach cool, Bro. Der ist der Kettensägenmann. Finde ich auch. Finde ich auch. Also, also, diese, diese, ey, zu was der sich entwickelt, zu diesem, ey, diese ganze, ja, ihr könnt's schon nicht mehr hören, warum Chainsaw Man so cool ist. Ja, erst will er einen Toast, dann will er Titten anfassen, dann will er, dann merkt er, ey, ist nicht das Leben, so, weißt du. Dann, ähm, ey, auch diese ganze, dieser ganze Zeitpot, der jetzt auch bald als Film kommt mit dem Bomb Devil und so, ich fand das echt cool. Ich hab's ja grad erst noch mal gelesen. Ich glaub, dieses Jahr irgendwann. Und ich muss sagen, ich fand, also, ich geh auch mit Anfang S mit. Wobei, wenn er in S geht, dann aus Prinzip hinter Aliza, aber eigentlich seh ich ihn entdecken. Ach du, nee, also, Oro, wir können mir keine Tierlisten machen. Die Sache, die einzige Sache ... Das ist ja ... Schau ... Also, entweder er kommt am Peak ans Ende, aber wenn er eins runterkommt, dann muss er an die Stelle. Dann muss er hinter die Cyber-Bubes. Also, ich find schon alle in Peak besser. Und das Einzige, was mich ein bisschen zwickt, ist, ich finde Shinji schon besser als Denji. Ich find nicht, dass Denji jetzt schon herausgeholt hat. Finde ich zum Beispiel nicht. Ich find Shinji ist ... Also, die Probleme, die er anspricht, sind tiefer und die sind krasser ausgearbeitet. Aber Shinji ist im Vergleich zu Denji so ein unsympathischer Keg, dass ich einfach sag, Denji ist cooler, Digga. Und deswegen ... Denji ist cooler, das stimmt schon. Aber ich find Shinji besser. Mach ihn an Anfang von S, komm. Ich beug mich, was ihr sagt. Ich will auch nicht die ganze Zeit reinreden. Sogar vor Alita meinetwegen, aber Anfang S. Nick, bist du vorne ... Wer ist meine Tierlist, wäre er am Ende von Peak, möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen. Ja, bei mir wäre es meine, wäre es auch am Ende von Peak. Aber mach ihn einfach vorne S. Ja, dann mach ihn auch hier, Mann. Ich will hier nicht hier die Gewalt ausüben, dann ist er in der Peak, Mann. Ich kenn den Hauptcharakter. Nee, das sieht komisch aus. Pack vorne S. Nein, 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 lass ihn da hinten beim Peak, weil dann ist bei A, ist Ichigo ganz hinten und dann passen die mit den Haarfarben. Was? Ich will halt deinen Mord nicht verraten. Was? Okay. Gehör bitte über, wie heißt er, Shintaro bis den Mord oder? Ich kann Shintaro aus Jagan nicht beurteilen. Den was? Können wir es kurz machen? Das sagt man nicht. Oh, I'm sorry, wusste ich nicht. Können wir es kurz machen, ist der wichtig? Äh, Digga, er ist ... Er hat einen geilen Take dafür. Er ist ein grauer Charakter, aber ich find, viel mehr hat er nicht zu bieten. Nee, hat er auch nicht. Ich find, das ist ein solider B-Tier-Sanen-Charakter. Er ist trashy, der ganze Manga ist trashy, finde ich. Ich würd ihn in C packen. C? Ja, mach ihn vor Saitama. Digga, wenn wir ihn hinter Aster packen, haben wir Probleme, aber ich fühl dich auch irgendwo. Ich bin kein Fan von dem Charakter. Was haben wir gesagt? Anfang C? Ende B? Was? Ist das nächste der Tokyo Revengers-Ficker? Takimichi, oder nicht? Kann ich nicht. Digga, das ist der schlechteste Charakter bisher. Ja, dann muss er auf D, wenn er das so sagt. Ja. Bist du fein damit? Nik, sag du was dazu. Ja, ich bin fein damit. Okay, der nächste ist Ken Kaneki aus Tokyo und Tokyo Ge-Re. Ich bin, glaub ich, der Einzige, der Re gelesen hat. Ich bin bei Re-Band 2. Ich bin der Einzige, der Re gelesen hat. Was soll ich zu Ken sagen? Digga, Ken lebt halt von der Symbolik in dem Charakter. Er wird von einem ziemlich unsympathischen, weinerlichen Shinji Ika zu einem richtigen Motherfucker. Dann hat er diese zweite Identität in Tokyo Re. Viele würden ihn, ich will gar nicht so viel diskutieren, viele würden ihn ohne zu diskutieren auf Peak packen. Und ich sag's mal so, hätte ich die Muse, mir auf Reddit ganz viele Interpretationen durchzulesen, warum er so krass ist, würde ich verstehen, warum er auf Peak muss. Aber ich bin einfach zu dumm, um's zu verstehen. Deswegen, weil er trotzdem coole Momente hat und er sein Werk schon gut carried. Und immer, wenn er wieder auftaucht, also Ken in Re, ist das schon ein heftiger Moment. Und ich mag sein Ende, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, weil ich glaub, einige mochten das nicht. Ich seh ihn auf S, aber ich seh ihn ... Vor ... Ja, vor hinter Shinji irgendwie da, vor Tenma schon. Ja, fühl ich. Kann man machen. Irgendwelche Einwände, Nick? Keine Einwände. Okay. Okay, Ocaran. Ist Ocaran der Hauptcharakter-Standard oder ist es Momo? Wir sagen Ocaran jetzt. Wahrscheinlich beide. Ja, weil wenn's Momo gewesen wär, hätte ich Peak gesagt. Es ist Ocaran. Tja, dann muss ich sagen, ist ein solider B-Charakter, aber kann ganz nach vorne für mich. Bisher, er hat viel Potenzial, ja. Aber ich würd jetzt nicht sagen, dass er zwangsläufig besser ist als Ruffy oder Naruto. Ja, mach ihn vor Ogami Ito. Nee, mach ihn hinter Ogami Ito. Vor Joost? Nein, er ist doch auch nicht besser als Giorno, Digga. Mach ihn hinter Giorno. Findest du nicht? Okay. Ich würd den aber besser als ... Mach ihn vor Giorno. Aber ich würd den besser als Hakura Dio. Okay, Gats aus Berserk. Ja, wir haben den nächsten Peak-Charakter. Let's go. Aber der kommt, kommt der ganz nach vorne bei Peak? Ja, schon, oder? Ich würde ihn ... Boah. Gats ist ein Charakter, der vielleicht nicht so viel realistische Lebensweisheiten aufwirft wie ein Thorfinn oder ein Musashi, einfach weil's realistische Szenarien sind. Aber Gats ist von all diesen Charakteren mit Son Goku da oben ... Das sind die beiden Charaktere, die mir in schlechten Lebenszeiten die meiste Stärke geben, wenn ich an die denke. Und deswegen, finde ich, er muss eigentlich ganz nach vorne bei Peak. Digga, was Goku für mich die gesamte Jugend gemacht hat, hat Gats übernommen, als ich erwachsen bin. Ja, das würd ich auch so sehen. Ist so. Ich würd Gats ... Ich find, er ist auch auf derselben Stufe wie hier Musashi und auch Thorfinn. Ich find die alle auf dem selben Level. Aber von denen drei würd ich Stand jetzt Gats auch ganz vorne packen. Bin ich d'accord. Sehr gerne. Die nächste ist Emma aus Promised Neverland. Ich mag Emma sehr gerne. Ich mag ihr Ende sehr gerne. Viele mochten's nicht. Ich fand's cool. Ich fand's schade, dass sie am ... Ende des Manga oder so im letzten Drittel Norman Ray so ein bisschen die Show gestohlen hat. Heißt der Ray? Der, der gar nicht mehr da war, der coole? Ja, ja, Ray. Ja, der ist leider ... Was war mit ihm, Bro? Schade, gell? Aber ich find's cool, weil Emma halt ... Es ist ein weiblicher Charakter und weibliche coole Charaktere, die nicht so nerven. Die hat man selten. Und ... Ich ... Entweder, sie würd ich den Anfang von B setzen oder den Ende von A. Das wär mein Take auf sie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist ein Big-Three-Level-Charakter-Safe. Auch ein uniker Take. Und weibliche Protagonistin, die halt auch wirklich legit cool ist, gar nicht sexualisiert wird. Wär auch problematisch, wenn ja. Ja, das wär auch echt seltsam. Bro, frag mal Meida mit Napis, Mangaka. Ähm ... Ich ... Ja, ich ruf den mal kurz an. Ich würd den nicht vor Ichigo packen, aber ... Finden Sie es problematisch, dass Kindercharaktere sexualisiert werden? Wie wär's mit dir? Was meinen Sie mit Konichiwa? Was? Ja, das ist okay für mich. Meinen Sie mit Konichiwa? Wer ist der Nächste? Hinter Raffi Post. Das ist Yuta, aber ich weiß gar nicht, warum der da ist. Der sieht echt aus wie Yuta. Aber Yuta ist doch nicht der Main-Charakter von JJK. Ja, nur von Null. Ja, aber der ist der bessere Main-Charakter. Ja, scheiß auf jeden. Nicht gelistet. Passt nicht. Das ist ein klassischer Ace-Take. Den hat er da reingemogelt, weil er sich wünscht, dass Yuta der Main-Charakter aus JJK. Danke, Ace. A Ranking of Kings, der kleine Prinz. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann nichts sagen. Ich sag dir gleich, Boji ist der Charakter, den du in deinem Leben am meisten anfeuern wirst, dass er sein Ziel erreicht. Ja, okay. Er ist so ... So handsome, so lieb. So lieb, du. Digga, wer mit dem nicht mitfühlt, ich chill nicht mit dem. Das fühl mich im Psycho-Kart. Ja, okay, cool. Safe. Ich find auch ein ganz eigener Take, grundsätzlich Ranking of Kings, ganz eigenes Werk, so viele Konzepte auf den Kopf gestellt, voll geil eigentlich. Über Ranking of Kings wird zu wenig gesprochen irgendwie. Für mich ist das Loki ein Artier-Charakter. Aber mach ihn nach hinten, komm, ich kenn ihn nicht gut genug. Du wirst ihn mögen, aber ja, okay, hinten nach. Aber ich werd ihn bestimmt nicht mehr mögen als Ichigo. Boah, der ist schon ... Vielleicht schon, vielleicht schon. Doch, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich finde sogar, dass es der beste Artier-Charakter ist, den wir da haben. Ich liebe Ichigo. Ich hab ihn Mitte A gepackt, eher. Das kannst du auch machen. Dann pack ihn so hinter Maupo oder so was, oder? Dann pack ihn vor Eren Jäger. Alter. Das ist nicht Eren Jäger. Aber ja, ich find ihn da gut. Boji ist wirklich, also, Alleinstellungsmerkmal der Charakter auch. Okay, Yuji. Dann haben wir Yuji aus JJK, ein Charakter, mit dem jetzt mal langsam was gemacht wird, die letzten Kapitel. Ich will aktuell JJK nicht spoilern, aber der eigentlich sein ganzes Werk relativ überschattet wird, permanent von allen anderen Charakteren in seinem Werk, die alle cooler sind als er. Also, literally alle. Sein Inner Beast ist cooler, seine Homies sind cooler, sein Sensei ist cooler. Jeder ist cooler als er. Ich sag, der kommt in Ende C. D. Oder D. Real Talk D. Ich find, Yuji hatte Potenzial, aber ich find, das wurde erst das Beispiel von nicht ausgeschafft. Das Coolste ist noch seine Dynamic. Das Coolste ist noch seine Dynamic hier mit Dings. Mit Todo. Ja, aber eher aus Meme-Gründen eher. Ja, eben, also D. Ich sag auch wirklich, ich sag D. Ende C wäre ich okay. Ich find den nicht scheiße. Okay, dann mach ihn hinter Jonathan, weil Jonathan ist trotzdem cooler, weil er wird wenigstens von der Pussy zu einem coolen Motherfucker. Wer ist das? Das ist aus Shujin X, oder nicht? Ah, aber der Hauptcharakter aus Shujin X, guck mal, erstens hab ich seinen Namen vergessen, zweitens ist er scheißegal. Drittens ist der Manga nicht wirklich gut. Ich hab in 35 Kapitel gelesen auf Manga Plus noch. Ich hab die ersten drei Bände gekauft, weil ich Niek besucht hab. Und dann hat er mir das Shujin X Variant Cover gezeigt von Band 1. Und ich fand das so geil, diese Idee, dass du das austauschen kannst. Dann hab ich den gekauft. Dann war ich begeistert. Dann hab ich drei Kapitel gelesen, drei Bände gelesen. Hab gedacht, Digga, das ist ja der generischste Battlezone in der Welt. Ich find's irgendwie arschlangweilig. Der Charakter ist, hab ich schon tausend Mal gesehen, genau so, der kann auf C. Und der kann eigentlich auch bei Yuji hin, find ich. Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Ich bin deutscher Stand. Es wird ein bisschen besser mit der Zeit, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was in der Zukunft noch passiert. Aber so far ist es ein C-Charakter. Ich find auch, ich sag ganz ehrlich, vielleicht findet ihr das alle uncool, aber ich bewährte halt schon auch Style. Und der Typ sieht aus wie eine Lusche. So, jetzt haben wir den allerechten Erenjäger. Den allerechten. Nicht diesen Fake-Erenjäger aus dem A-Tier. Und dieser Erenjäger, der muss auf Peak. Ist ein S-Charakter. Nee, ist ein S-Charakter. Für mich, der muss eigentlich dahin, wo Lelouch ist. Ja, und ich finde auch S. Ja, Dreck, wisst ihr, warum ich doch von Peak ablasse? Weil Eren, er ist sehr krass, wenn er krass wird, aber er ist ungefähr 70% seines Zweckes nicht krass. Richtig. Ich finde Denji cooler als Erenjäger. Ich auch. Ich find auch Denji cooler. Ja, aber Denji ist auch cooler als Miyamoto Musashi. Aber trotzdem ist er nur ein S. Nee, ist er nicht. Was? Ey, wenn die ein Coolness-Battle machen würden, wäre Denji der coolere. Nein. Denji hat den Drip mit seiner Krawatte. Digga, wenn Miyamoto Musashi auf dem Frankfurter Hauptbahnhof rumläuft, wird er abgestochen. Guck dir den mal an, Bro. Ich find NDS ... Mit seinem Gewand. Was ist denn los mit dir? Jürgen, NDS ist gut für Erden. Es wird mal was angeboten werden da am Frankfurter Bahnhof. Ich will an der Stelle noch ... Er wird so ein bisschen Geld hingeschmissen. Ja, komm. Ich will an der Stelle noch anfügen, dass auch wenn Eren nicht von Anfang an krass war, er wurde auch überschattet, er hat auch dieses Problem. Aber rückwirkend macht es das ein bisschen wieder gut mit dem Plotwist am Ende. Aber Eren hinter Tenma? Ja, ich find, das ist legit. Anfang der Folge war ich noch so, Tenma muss auf Peak gehen. Ja, das denk ich mir. Eigentlich können wir Eren wirklich vor Tenma packen. Ich find Eren schon vor Tenma packen. Ist das besser so? Ja, das find ich in Ordnung. Ken kann schon vor Eren. Also ich würd ihn nicht vor Shinji packen. Nee, so ist doch Geilo. Eigentlich muss man mal drüber reden, dass Shinji echt ein cooler Charakter ist. Nee, Shinji ist wirklich so weit vorne, obwohl ich den so scheiße finde. Also der ist wirklich gut geschrieben. Selbst sein Design, obwohl es so simplistisch ist, ist so iconic. Ich find, wie kann man ... Auch die Krankenhaus-Szene. Mach mal weiter jetzt. Das ist der Gachiakuta-Charakter. Ich weiß nicht, wie er heißt. Yeah, yeah, yeah. Nick, du droppst. Ich hab's immer noch nicht gelesen, Nick. Du musst ... Boah, das Werk ist geil. Und ich find ihn richtig geil. Weil so seine Prämisse ist ja, dass er es nicht mag, wenn Leute Dinge als Müll bezeichnen und wegschmeißen. Und er sieht halt den Wert auch in den Sachen. Das ist erst mal ein supercooler Wert. Es wär so lustig, ihn jetzt aus Prinzip ins Trashtier zu packen. Weh. Nein. Ich schwör, der bleibt mal. Oh mein Gott. Der ist cool. Ey, nein, er ist literally trash. Komm. Er ist literally trash. Literally. Er muss da rein. Nein, aber du kannst ja mal sagen, wo du ihn eigentlich gerankt hättest, aber er kommt fürs Meme, bleibt er jetzt in Trash. Ach so, scheiße. Ich hätte ihn ins hohe B-Tier gepackt oder Ende A. Okay. Okay, fair. Aber er ist ein Trash. Er ist ein Trash. Das ist ... Das ist Kiriko. Der, die ... Schwierig, ich will nicht spoilern. Ach da. Heavenly Delusion Hauptcharakter. Echt cool. Sehr interessante Prämisse. Ja. Boah, ich find den Charakter richtig nice. Richtig nice. Ja, vor allem hat die doch ... Hat die Junge diese eine krasse Szene, wo sie wiederkommt und dann ... Ja. Weißt du, den, den sie sucht, trifft. Yes, yes. Das ist schon heftig. Also, ich sag Ende A. Ich würde ihn auch ... Ich würde auch Ende A sagen. Ja. Ich schließe dich an. Weil, Azar, du musst lesen, mit dem Charakter wird wirklich was sehr Cooles gemacht. Also, deswegen ... Okay. Yugi. Naja, es ist halt Yugi und nicht sein cooleres Alter-Ego. Also, Atem, aber ... Wir trennen die Charakter, oder? Äh, ja, sollten wir schon tun, weil ... Ja, wir haben auch Yuji von Tsukuna getrennt und so. Ja, eben. Und ich muss sagen, ja gut, was Yugi halt stark macht, ist die ... Ist es, was er am Ende von Atem zieht und wozu er sich entwickelt. Aber trotzdem wird Yu-Gi-Oh als Manga für mich hauptsächlich bis zum Ende von Atem gecarried und nicht von Yugi. Und ... Also, Atem hat so 70% Carry-Anteil und Yugi 30%, wenn du's mal so vergleichst. Das stimmt. Aber das ist auch irgendwo so der Sinn des Werkes. Ja, das ist so, damit das Ende so sein kann, wie's ist. Also, das ist der Sinn der Sache. Das Werk arbeitet darauf hin, dass Yugi Atem irgendwann übertrifft. Richtig. Und ich finde, es gab schon viele Anzeichen dafür, zum Beispiel in Battle City, als, Digga, dieses Goated-Duell gegen Joey, was dann Yugi gewinnt und Atem. Er sagt es Yugi nicht, aber er meinte, du hast eine Stärke, die keiner hat, die mich irgendwann übertreffen wird, Digga. Ich krieg Gänsehaut, wo ich drüber rede. Ja, das ist eine heftige Szene. Und der Callback dann am Ende. Uff. Der Callback am Ende ist krass. Und dann, ja, diese Übersetzung schon wieder, Digga. Aber ja, das ist in Fade. Ja, du hast ihn selbst ... Egal. Also, ja, das ist krass. Das Problem ist, ich hab ein riesiges Problem damit, dass er Anzug nicht weggemacht hat. Digga. Sag ich. Er ist aber auch iconic, die Haare, Bro. Also, wenn wir auch wieder mal aufs Design gehen. Auch im Millennium World Dark hat er ordentlich abgeliefert. Auch gegen Bakura, als ich mein Bakura-Video gemacht hab. Da hab ich ein paar Panels eingeblendet. Der war so cold am Ende. Und da hat Bakura auch zu ihm gesagt, obwohl er's nicht erwartet hat. Und das ist ja der Sinn von Charakter. Yugi ist unscheinbar. Und Bakura sagt am Ende, du bist ja doch nichts ohne ... Du bist ja doch nicht nichts ohne den Pharao. Wo er ihn dann fertig gemacht hat. Ich würd Yugi zu Gon und Aladdin packen. Let's go. Ja, fühl ich voll. Der passt da hin. Doch, er ist ein Arty-Charakter. Unglaublich vieles, was das dann gemacht hat. Okay, der nächste ist Gabi Maru aus Hell's Paradise. Ich muss ehrlich sagen, Hell's Paradise ist cool, aber Gabi Maru ist mir ein bisschen egal. Ich find die Story mit seiner Frau war ganz cool und mysterymäßig. Aber dann fand ich das ... Ich fand das schon ein bisschen ... Das war ein bisschen enttäuschend, was da dann am Ende des Tages so ... Bros Frau war wunderschön. Aber sie hat eine Narbe. Er ist der Einzige, der sie lieben konnte. Digga, ja, das stimmt schon. Das wär damals nie passiert. Egal. Man muss aber sagen, er ist ultra cool. Er sieht ultra cool aus. Er kämpft cool. Er ist badass. Das kann ich ihm geben. Ja, er ist auch badass. Er ist lustig auch. Und er hat Jutsus. Und ich find sein Design wirklich megageil. Ja. Aber er ist der bessere Naruto. Ja, er ist halt ... Er ist schon der coldere Naruto. Der coldere, ja. Er ist, als hätten Naruto und Nia ein Kind gekriegt. Also Nia aus Death Note vom Design her und auch von der Gehaltschnäuzigkeit her. Ich würd ihn schon auch an B packen. Aber ich find ihn zum Beispiel auch nicht ... Ich find ihn nicht cooler als Okaran oder Emma oder ... Ja, nee, das fühl ich schon. Ich würd ihn zum Ende hin. Da, wo ... Wo ich ... Pack ihn mal vor Jono. Kafka und so ist. Oder so. Ja. Ja. Da passt er. Hier? Ja, pack ihn hinter Jono, vor Sakuragi. Ja, passt er. Ja, okay. Ich fühl dich auch. Oh, Ash Ketchum aus Pokémon. Wer hat denn den da drauf gemacht, Digga? Also das Problem, was ich bei Ash hab ... Ich hab ja jede Folge geguckt im Anime, jede Staffel. Das ist so krank, das ist so krank, Digga. Du hast dir einfach 27 Staffeln Pokémon reingezogen, du gestörter Bastard. Das ist für mich Nicks absolute Inselbegabung. Ich glaub, das ist der einzige Anime-Creator, der alle Folgen Pokémon geschaut hat. Ist das gestört, Digga? Ja, dann erzähl mir mal was über ... Wann kommt Ash-Analyse übrigens? Jo, ich könnte wirklich eine Ash-Analyse machen. Niemand versteht Ash Ketchum. Die wenigsten verstehen Ash Ketchum. Was man wissen muss, ist, dass Ash gefühlt in jeder Staffel halt einen anderen Charakter hat. Nicht grundlegend, aber vor allen Dingen in den neuen Staffeln ist Ash halt wieder ganz anders. Du hast immer das Gefühl, der wird immer jünger und weniger erwachsen, obwohl er halt so viel Reife über diese gesamte Story dazu erhält. Er wird resettet einfach. Er wird resettet. Und dieser Reset fuckt mich ab. So, ich will doch jemanden haben, der ein Character-Development hat. Und in nur ganz wenigen coolen Schlüsselmomenten ... Was? Nee, also ... Nee, du hast das Lust. Egal. Alles gut, red weiter. Da du grad still bist, kann ich reingrätschen und dir an der Stelle helfen und sagen, es ist auch das Konzept ein bisschen, dass er resettet wird. Ja, aber das nervt. Das Resetting-Konzept nervt und hindert den Charakter. Der Charakter wäre viel cooler, wenn er altern würde. Ja, das stimmt. Also, deswegen ... Er ist iconic, I guess. Digga, wie Goathead wäre ein badass erwachsener Ash. C. Junge, das war übelst cool. Das wäre übelst cool. Ja, C. Er ist schon sehr iconic. Digga, ich kann ihn nicht hinter Deko packen. Tut mir leid. Ich mag Deko nicht. Ja, weil allein Pikachu snackt all for one weg. Also, der Nächste, wer ist das? Das ist der aus Mob 100, oder nicht? Digga, was labere ich? Zombie 100. Zombie 100. Ah, das ist Akira aus Zombie 100. Ja, cooler Charakter vor allem. Zombie 100 ist so ein Manga. Ich weiß nicht, wie aktuell ihr seid. Und es ist so, dass der halt am Anfang sehr lustig ist. Und mittendrin kriegt er so eine deep Note. Und dann passiert Shit, wo du denkst, ach du Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass er noch dark wird. Okay, aus dem Punkt bin ich nicht mitgekommen. Nee, da bin ich auch noch nicht. Es kommt noch mal was, wo so ein Charakter vom Hauptcast auf einmal so gebissen wird und du denkst dir so, ach du Scheiße, hab ich gar nicht gerechnet. Also so ein Walking Dead-mäßig fast schon. Und er muss halt über sich hinaus wachsen. Ich mag ihn gerne. Ich find ihn halt nicht ansatzweise so iconic wie manche in B. Deswegen, ich sag, ich seh ihn auf Karimaru. Also Haro Asos ist auch Haro Asos, ne? Ja. Er hat in Alison Borderlands schon seinen ikonischsten Main-Charakter gehabt. Ja, schon einen Main-Charakter. Ich sag, der Bro kommt bei Gabimaru hin. Right, ja. Hinter Jorno, weil Jorno hat coolere Frisur. Hättest du ihn vor Sakuragi gepackt? Nee, weil Sakuragi ist lustiger. Mach ihm was vor Shin. Ich mach vor Shattering. Die Kingdom-Fans, die werden uns ficken, ne? Mach mal bitte Shin auf Peak ganz oben. Mann, ey. Die Kingdom-Fans werden uns bumsen. Die Kingdom-Fans wissen, dass wir erst Chapter 100 irgendwas sind, Mann. Kingdom-Fans sind nämlich intelligente, reasonable Menschen. Die werden uns nicht haten, bis wir nicht aktuell werden. Sakamoto aus Sakamoto Days. Sakamoto aus Sakamoto Days. Literally Fabio, mein Homie. Äh, leider ist Sak... Was heißt leider? Sakamoto ist für mich ein Side-Charakter. Ja, ist er auch. Ich weiß gar nicht, warum das so heißt. Eigentlich hätte Shin dahin gemusst. Richtig. Ja, Sakamoto ist ein super cooler Charakter. Kannst du nichts gegen sagen. Immer wenn er da ist, ist er entweder lustig oder er ist halt richtig, richtig krank unterwegs. So, vor allen Dingen seine Flashback-Stories. Ich find ihn unterhaltsam. Ich find das Konzept cool, dass er dieses, dieses, wenn er, dass er dieses Dünnwerden hat, wenn er fightet und sich viel bewegt und dann wieder dick wird. Und er hat quasi so zwei Charakter in einem. Ja. Aber besser als B? Nee, also es ist halt, er ist halt so eine Wildcard. Er ist so ein bisschen wie so, er ist so ein... Er ist wie Gojo aus Sakamoto Days. Ja, ja, ist doch so, weil er ist der Sensei und der MC gleichzeitig so ein bisschen, oder nicht? Was ich an ihm cool finde, ist, dass er eigentlich nicht redet. Das macht's ganz cool. Du hast immer nur dieses ausdruckslose Gesicht. Du musst ein bisschen interpretieren. Okay, da schiebt schon mal rum. Mach ihn doch mal auf B. Nee, aber ich find ihn schon cooler als Gabimaru, aber ich würd ihn trotzdem hinter Giorno machen, weil Giorno hat nämlich das gleiche Problem wie Sakamoto, dass der Cast einfach ansonsten krasser ist. Guter Take, guter Take. Ich kenn den Jojo aus Part 9 nicht, das ist der nächste Charakter. Der nächste Charakter ist Jodio aus Jojo Part 9. Oh, das ist ja kreativ. Der Gast ist jetzt kreativ. Ich liebe diesen Charakter. Schau, ich will ihn nicht zu hart glazen, weil er ist noch nicht so lang da. Spoiler auch nicht. Ich spoiler auch nicht. Bro, Jojo Part 9, es ist, und der Charakter vor allem, das ist ein GTA-Charakter, das ist, Bro, der Main-Charakter aus dem GTA-Spiel. Im Jojo-Verse, er ist ultra cool, sein Design, Stand, ich feier alles an dem. Aber ich kann ihm nicht zu viele Vorschuss-Lobbyern geben, weil er noch nicht so lange da ist. Bewehrt ihn für das, was er hat? Für das, was er hat. Ich kann ihn nicht über Gappy machen, aber ich glaube, ich werde ihn am Ende mehr als Gappy mögen. Stand jetzt, für die kurze Zeit, die er da war, ist er für mich ein ST-Charakter. Ich finde, der hat von Anfang an abgelehnt. Bro, der Typ, ich denk, ich denk legit immer, du sagst, guck mal, das Problem ist, Gappy ist halt neben Alita, ne? Ja. Und Alitas japanischer Name ist Gally, und deswegen denk ich immer, die sind halt direkt nebeneinander. Nee, Bro, das ist jetzt kein Spoiler, das fährst du im ersten Kapitel, Digga, Jodio wird einfach erwischt, wie er Drogen vertickt. Allein so geht schon los. Kann ich mit relaten. Pack ihn, ich vertraue dir, ich glaube nämlich, dass jeder Jojo-Part ab 7 einfach nur noch Goat MCs ausweigen. Ist auch so, ist auch so. Araki liefert nur noch ab. Vertraue ich dir, pack ihn gerne in S. Ich würde ihn am Ende von S packen, weil er noch nicht so lange da war. Weil er noch nicht genug Development hatte, aber er hat bestimmt Potenzial im Peak zu kommen. Safe, safe hat er. Krass. Okay, der nächste ist der Hauptkarakter aus Kagura Batschi, und ich weiß nicht, wie er heißt. Digga, er heißt ... Und der ist mir relativ egal auch irgendwie. Wie heißt er? Ich hab Kagura Batschi sogar gelesen. Wie hieß der? Ich hab vergessen. Kagura. Wow. Nee, ich bin gleich da. Ich find den Charakter, ja, ist okay. Sehr generic, also erst eine zusammengewürfelte Version von vielen New-Gen, paar Old-Gen-Charactern. Der hat mir gar nicht. Es ist halt so, als hätte der AI so ... So dein Main-Character erstellt, hättest du gesagt, mach mir einen New-Gen-Manga-Character mit einer Revenge-Story. Machen wir einen coolen ... Ey, mach den mal bitte auf ... Komm, der kann eigentlich auch nicht vor Yuji. Digga, nee, Digga. Mach den mal auf D. Ich hör, ich mach den als Statement auf D. Weil bisher hat der gar nichts gegeben. Der nächste ist Frieren, aus Frieren, wenn ich das richtig sehe. Ich seh nur die Augen. Ach so, oh, sorry. Ja. Das ist Frieren. Ich hab Frieren weder gelesen noch geschaut. Ich hab voll Interesse dran. Das Konzept ist megacool, aber ich weiß nicht, wie sie ist. Das Konzept ist megacool. Frieren ist auch ein sehr cooler Charakter. Ist ein interessanter Take grundsätzlich ans Genre. Mhm. Ich will's nicht ohne Nick ranken. Sollen wir auf ihn warten? Weil der ... Der hat bestimmt eine Meinung zu Frieren. Ja, dann lass uns schon mal ... Hat Frieren übernommen in der Zeit? Wohin kommt Frieren, Nick? Boah, das ist schon ein sehr, sehr, sehr nice MC. Ja, der ist auf dich gewartet. Ich würde da bei Tengoku Damaikyo A ... Ja, ja, da wär ich zufrieden mit, glaub ich. Ähm, wer ist der Nächste? Der sagt mir doch was, den kenn ich irgendwo hier. Ja, ich kenn den auch. Dieses Casual Outfit, wer ist das? Äh ... Äh ... Hä? Warte. Digga, ich kenn den. Ich kenn den auch. Ist das eine After-Time-Skip-Form oder so eine Scheiße? Ist das der Solo-Leveling-Boy? Ja, ist der das? Das ist der Solo-Leveling-Boy. Alright. Ja, Bro, der ist richtig scheißegal. Der ist so scheißegal. Mach den mal auf D. Das ist der most generic ass Typ der Welt, Bro. Also ich hab nur die erste Folge gesehen und hab keinen Bock mehr. Ja, das ist also ... Und ... Den Charakter gibt's genau so tausendmal. Also das ist sehr arschlangweilig. Er hat ein Schlechterer Kirito. Und Kirito ist übrigens nicht hier drauf. Er ist so overpowered, Junge. Er bekommt in einer Folge alle Skills. Okay. Also ihr feiert den nicht. Er hat einfach Konami-Cheat angewandt. Ich mach ihn vor dem Kagura-Batschi-Boy. Boruto, ich hab bis Kapitel 107 oder so ... Ich weiß nicht, wann der Timeskip war. Ich fand Boruto als Charakter ... Ich find das Konzept ... Ich versuch's jetzt mal objektiv. Ich find das Konzept von Boruto, dass er quasi genau die gegenteilige Situation von Naruto hat. Nämlich als jemand startet, der quasi alles hat. Und dann irgendwie jeder ihn scheiße findet. Find ich ganz cool. Umgedreht ist es bei Naruto. Aber das Problem ist halt auch, dass von Naruto zieht viel mehr und ist viel cooler. Und Boruto ist ein richtiges Opfer. Er nervt. Also jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, denk ich mir, dich hasst du recht jeder, Digga. Und deswegen hasse ich ihn auch. Und ich sag, er muss auf D. Ich tatsächlich ... Schau mal. Boruto ist wahrscheinlich der Shonen-Manga, den ich am meisten hate mit Dragon Ball Super. Ich find den feier den Manga nicht. Ich find den scheiße. So, wie könnt ihr das feiern? Check ich nicht. Aber Boruto ist kein Scheiß-MC, finde ich. Ich finde, es wird was aus dem gemacht. Ja. Mittlerweile sieht er sogar cool aus. Und seine einzige Funktion zurzeit ist es, so zu gucken und coole Sachen zu sagen und stark zu sein. Wenn man betrachtet, wo er am Anfang war, wo er den Shonen-Gesams gecheatet hat und seine Beziehung zu Naruto und wo er jetzt ist, er hat auch ein paar baddest Momente gehabt. Ich will fair bleiben und ich würd ihm nicht D geben. Ich find ihn schlechter als Naruto. Du hast schon recht. Ich find ihn schlechter als Naruto. Ich würd ihn zu Jude Itadori packen. Real Talk. Ja, doch. Lass uns jetzt nicht so viel mit Boruto aufhalten, Digga. Ganz ehrlich, das ist fucking Boruto. Mach ihn doch einfach zu Tanjiro. Mach ihn dahin, Digga. Heutiger Sicht ein wichtiger Charakter. Ja, er ist wichtig. Ich mein, das ist ja auch schön. Aber wir haben hier noch Light Yagami, Digga. Und Edward Elric. Also, was diskutieren wir hier gerade? Edward Elric. Einer der besten MCs, die ich bis jetzt nicht finde. Das ist so geil. Und das Ding ist von Metal Alchemist hat generell einen so strong Cast. Wir haben King Bradley. Wir haben Roy Mustang, Digga. Wir haben so coole Charaktere. Wir haben Scar. Wir haben hier Hohenheim, Digga. Bro. Wir haben Oro. Last. Oder wen meinst du jetzt? Mit dem Feuer. Achso, Roy Mustang. Länger. Achso. Äh, 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 ja. Alla, wir haben Glattini. Ganz im Ernst. Wie bitte? Was hast du gesagt? Wir haben Glattini. Den Goat, der alles ist. Ey, Real Talk, aber wir reden ja über den MC. Und ich würde sagen, als MC ist das für mich actually ein Peak-Charakter. Boah, nee, Digga. Überhaupt nicht. Was? Was für Peak? Nein, nein, nein. Ich würde auch ... Ich sag auch nicht Peak, aber ich sag S. Weil Peak ... Ich find den cooler als Big Three, ja. Aber bleib locker. Ey, Real Talk, ich hätte die Ende Peak oder Anfang S gepackt. Aber also, verstehe mich nicht falsch, Fullmetal Alchemist kommt auf Peak, aber Edward muss man trennen vom Werk gesehen, dann ist er ein S-Charakter, würde ich sagen. Ich hätt in A rumgeguckt, aber okay, S. Du hättest ihn in A ... Wobei ... Geh mal bitte hoch. Wollen wir ihn mal? Ich will mal ganz kurz mit den anderen schon Protagonisten vergleichen, die wir haben. Aber jetzt mal ehrlich, Bro, findest du nicht, der kann da auch bei Gon und Yugi hin? Ja, voll. Also, ich weiß gar nicht, was mit euch grad los ist. Edward Eric ist ein geiler Charakter. Mann, Digga, du weißt nicht, was mit uns los ist. Ich erklär dir, was mit uns los ist. Das ist eine total menschliche Sache, dass wenn du den Main-Charakter siehst, du erst mal das Werk bewertest und dann über den Charakter an sich nachdenkst. Das hab ich bei Monster mit Ken mal am Anfang die ersten zwei Minuten auch gemacht. Das hab ich grad auch mit Fullmetal Alchemist gemacht. Dann hab ich drüber nachgedacht und dachte mir, Fullmetal Alchemist, schon Peak-Manga. Aber ist Edward an sich auch so geil? Guck mal, wie geil der Schuber ist. Ich find, er hat einige Facetten mehr. Ja, der ist geil. Als Ruffy zum Beispiel, ich find ihn auch cooler als Naruto, deswegen ist er pauschal schon mal in A, schon mal da. Ich persönlich würd ihn nicht besser als Ryohei, Yugi oder auch Dings, äh, Aladin geben. Ich weiß nicht, ich mag halt, dass Lassar noch länger mein Freund ist, deswegen pack ihn in A. Nein, jetzt komm. Aber ich, ich find halt, ich find halt, ich find halt schon, dass seine Anfangspromisse super geil ist, wie er seinen Bruder retten will, seine Mutter transmutieren will. Das ist, also, ich find, das ist sehr unik. Also, wenn, dann muss er ganz am Anfang von A. Komm, sag ich. Komm, mach mal. Mach. Ich kenn den Dr. Stone-Typen nicht. Senku aus Dr. Stone ist für mich ein unfassbar guter MC. Warum? Weil er basically der Neuzeit-Einstein ist. Er, ähm, ist ein bisschen Psycho, weil er oft Leute für seinen Nutzen ausnutzt, weil er einfach aber so smart ist. Dieser Typ ist so intelligent, dass er sein Umfeld danach halt aussucht für, für das Weiterentwickeln der Menschheit, weil es ja eine Steinzeit quasi wieder ist, ähm, aus der er sich entwickeln möchte. Und Senku kommt halt auch in schwierige Situationen, auf die er sich dann aber wieder mit Ruhe und Gelassenheit und Intelligenz retten kann. Ich finde, das, da, da kann man ultra viel mit draus nehmen. Äh, für mich ist Senku ein richtig guter MC, Digga. Richtig guter. Ich find den auch sehr gut. Er ist auch ein sehr erfrischender Take. Ja. So, überhaupt nicht der Standard-Shonen-Main-Charakter. Gar nicht. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Setting so, was gut ist. Ähm, ich find den sympathisch. Äh, also, auch er hat so ein bisschen, man denkt immer so, er ist kurz davor, böse zu werden, aber ist er nicht. Und dann hat er trotzdem noch Herz. Also, er ist, er ist, er ist, er ist fein. Ja, ja, aber dann hat er doch Herz. Also, ich find den cool. Für mich ist das auch ein ARC-Charakter. Was hättest du gesagt? Ich hätt den halt, ich hätt den halt auf NS gepackt. Ich find legit Senku ist, gibt's irgendwas Vergleichbares zu Senku? Lass er ein einziger, äh, animativen MC. Loki, Joseph Joestar. Nee. Doch, er ist auch so lustig, so nicht ganz gut immer, macht so sein Ding. Ich finde, Senku hat die Dinge viel mehr in der Hand als ein Joseph, während er seine Dinge macht. Ich meinte eher von der Art. Okay, okay. Ich würde ihn nicht über Joseph Jostar packen, aber wenn du sagst, I guess, keine Ahnung. Ich finde es ist eine solide Art hier. Ich halte meine Klappe. Sag du? Okay. Ich will nicht, dass mir vorgeworfen wird, dass ich euch die ganze Zeit manipuliere. Hey Bro, das Ding ist, du manipulierst uns ja nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe Dr. Stone schon sehr intensiv durchgenommen in meinem Leben. Ich habe den Anime geschaut, ich habe den Manga gelesen, also ich kann schon viel zu dem Werk sagen und wenn ich das mit den anderen Werken vergleiche, dann finde ich, ist Senku schon wirklich ein sehr, sehr geiler Main-Character und vor allen Dingen kennen den halt voll wenige, weil voll viele einfach auch ein bisschen abgeschreckt sind, weil es eben nichts Typisches ist, was er als Hauptcharakter ist. Es kann nicht ihm geben, dass es nichts Typisches ist. Also, drop mal einen fairen Take. Dann pack ihn hinter Gon. Okay. Oder hinter den Magi, also hinter Alladin. Ja, das ist doch in Ordnung. Okay. Ja, das ist doch komplett fein. Das ist echt fein mit dem. Gut, jetzt muss ich schon wieder dick riden, weil ich finde, Mesh ist auch ein sehr, sehr cooler Raum-Charakter. Also, das Ding ist, es gibt auch Probleme mit Mesh, so, aber habt ihr Mesh geschaut oder gelesen? Mhm. Hab den ersten Band gelesen und dann hab ich's abgebrochen. Nee, ich fand ja Mesh auch. Weil du's lustig fandest, Obo. Und das ist so ein dummer Reason. Bro, Mesh ist geil. Was Mesh basically ist, ist Harry Potter und lustig. Ich weiß auch nicht, wie J.K. Rowling dieses Werk noch nicht, ähm, verklagen konnte, weil es halt wirklich so viel von Harry Potter drin hat. Aber Mesh ist halt nicht Harry Potter. Mesh ist halt wirklich... One-Punch-Man. One-Punch-Man, aber ich finde halt besser als One-Punch-Man. Also, Mesh ist halt, guck mal, der ist alleine bei seinem Opa, also bei seinem Vater, der nicht sein richtiger Vater ist, ist da im Wald aufgewachsen. Hat halt nie sozialen Kontakt und deswegen ist da halt auch ein bisschen... Weird. Weird. Und was er halt ist, ist er super stark und er ist halt auch, er hat auch einen Gerechtigkeitsdrang, der aber so, wo du dich fragst, so, was ist da eigentlich ab? Das ist auch so eine, so, du fragst dich halt wirklich so, wie ist der eigentlich wirklich als Typ und welche Charaktereigenschaften hat er, weil er nicht sehr viel über sich preisgibt. Er labert auch nicht viel, er sagt nur das Nötigste. Und eigentlich denkt er halt permanent an Windbeutel und das ist halt auch so ein bisschen dieses witzige Ding, was einen Schoncharakter halt hat. Ich finde aber trotzdem, dass er einen Charakter-Development hat in den nächsten Folgen so. Oder Bänden. Und ich finde ihn super unterhaltsam. Ich finde Mesh sehr nice. Immer wenn er was sagt, dann kommt's cool. Bro, er hat literally jemanden als Pädo beleidigt, weil er eine Kette von seiner Schwester um den Hals hatte. Das ist so gut. Und dann zwei Folgen später, nachdem er in sein Zimmer kommt, sagt er auch nicht, der Pädo. Bro, das ist so geil. Das ist der funny Humor, den wir ja beispielsweise auch in Chainsaw Man haben oder in vielen anderen Dingen. Die Frage ist jetzt, willst du ihn auf B oder A haben? Können die nicht auf S machen, oder? Also, der Fähre. Nee, ich packe ihn nicht auf S. Für mich, nach dem Feeling, wäre er nicht über Ruffy und Naruto, aber ich check, wenn man ihn mehr mag, aber ich tue es nicht. Okay, okay, okay. Ja, ich finde, Mob hat auch noch ein bisschen mehr Charakter, dann lass ihn auf USB packen. Lass ihn auf USB packen. Ja, da bin ich fein mit, weil ich hätte jetzt auch nicht über die Heavenly Delusion Tussi gepackt. Ich muss aber sagen, das ist der letzte Charakter, zu dem ich heute noch was sage. Anfang B, mach ihn doch da. Ja, irgendwo. Du hast doch gesagt, nicht vor. Mach ihn hinter Emma. Oder hinter Emma, hinter Emma, ja. Das finde ich fair. Das finde ich gut. Cool, cool. Ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde Light Yagami ist ein Peak-Protagonist. Einfach weil, weil alleine die Frage, dass er Protagonist ist, obwohl alle immer denken, er wäre der Antagonist, obwohl er halt der Protagonist ist, das Writing, dass er hat, die Conclusion, die er am Ende hat, ist im Manga noch mal viel, viel geiler übrigens als im Anime. Ja. Der ganze zweite Part, dieses Hin- und Her-Katz-o-Maus-Spiel mit L, mit Nier, für mich ist das ein Peak-Charakter. Ich mag ihn noch mehr als Punpun. Der Dude ist ein Psycho. Ich würde ihn vor Denji packen, aber ich weiß nicht, wie ich ihn packen würde. Ich würde ihn vor Punpun packen. Statement? Ich hätte ihn auch vor Punpun gesehen. Statement? Ich gebe Oro mit. Warum sagt jeder immer, Bro, die Leute sind Ehrenjäger, die Leute sind Lelouch, alle sagen immer, das ist wie Light, das ist wie Death of the Earth. Warum, Bro? Weil der Brodie Blueprint ist, der es auch noch besser gemacht hat. Dann meinen sie sogar nur den Anime-Lighter, und dabei ist der Manga noch besser. Ja. Ja, okay, komm. Light-Jagami. Gut, dann haben wir hier noch Fairytale. Natsu aus Fairytale. Let's go. Ich hab Fairytale nicht gelesen. Ist wahrscheinlich einfach ein solides Ende B Anfang C Ding, oder? Sagen wir mal ehrlich. Du callst ganz gut. Natsu ist sympathisch. Er ist, Bro, er ist, wenn du Naruto magst, magst du Natsu. Heißt die Kat nicht happy? Ja, oder? Ja. Ja, die ist auch so süß, Digga. Ja, ist sie. Ich find, der passt doch ans Ende von B, oder nicht? Ich find ihn cooler sogar. Wait, 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 lass ihn kurz mal mit Deku vergleichen. Ist er cooler als Deku? Safe, Digga. Okay. Natsu ist schon, Fairytale wird viel getrashed zurzeit, aber Natsu ist schon ein cooler Charakter. Okay. Er ist auch ein cooler Main-Charakter. Er ist sehr dasselbe, was Naruto und so sind. Und ich find Naruto cooler, aber Natsu ist auch cool. Meine Jellies sagen mir Ende B. Aber musst du wissen, ob du ihn vor Aster willst. Aber ich lass ihn nicht vor Jotaro packen. Also Natsu ist halt für real cooler als Jotaro, Digga. Bin ehrlich, aber okay. Du hast Jotaro, Mann. Du hast ein Problem persönliches. Scheine doch an. Ja, okay. Tu mir hin. Warte, ich muss einen Screenshot davon machen, damit Gors das gleiche. Können wir bitte den Gachi Akku ... Nein, der bleibt da. Das wird so aus dem Kontext gerissen, ihr Pisser. Tja, wenn du halt dafür sorgst, dass er trash ist, kann ich ja nichts tun, Bro. Schau, die Leute werden, einige werden bis ans Ende skippen und dann wütend kommentieren, warum der ihn trash ist. Ja, richtig, richtig. Richtig, richtig. Aber dann sehen wir, welche Peak-Zuhörer auch zuhören. Ah, okay, lass das einen Punkt. Das ist ein Punkt. Gut, Leute. Wir machen heute keine Fragen mehr, weil ich will heute noch mal ins Gym. Ja, komm. Wir haben zwei Stundenfolge, Alter. Dafür mal einen Daumen nach oben, bitte. Ja. Finde ich auch. Und Daumen hoch bei der Drache und Chameleon-Folge. Ist jetzt bei 810 Likes. Wir haben es fast geschafft, dass ich eine Monster-Hunter-Review online stellen muss. Leute, like die Drache und Chameleon-Folge, wirklich, ihr kriegt was Großartiges dann. Äh, ihr kriegt peak. Ihr kriegt was? Hier, wenn das in dieser Liste wäre, diese Review wäre die Forguts. Ist so, ist so. Leute, Empfehlung der Woche, wollen wir das noch droppen. Ich empfehle euch ein Spiel für die Switch. Ist ein altes Indie-Game, gilt es aber auch für 3DS. Ist schon sehr alt. Ich bin gerade wieder voll drin. Ich hab's damals vollgegeben. Das heißt Shovel Knight. Und das ist so ein Jump'n'Run. Hat auch echt viele kostenlose DLCs gekriegt. Am Ende dann sehr großes. Das hieß Treasure Trove. Das kostet was. Aber da könnt ihr noch mal als andere Charaktere spielen. Das hat sogar Amiibos gekriegt, obwohl es ein Indie-Game ist, weil es einfach so abging. Es macht so Spaß. Ich liebe Shovel Knight. Komplett diesen alten Charme eingefangen in die heutige Zeit. Geiles Game, empfehle ich euch. Okay, ich empfehle euch auch ein Game. Und zwar das einzige Game, was als Game of the Year bis jetzt mit Stellar Blade konkurrieren kann. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es nicht sogar noch ein bisschen besser ist. Another Crabs Treasure. Da hab ich schon viel von gehört. Ein Souls-like von einer kleinen Krabbe im Meer. Und es könnte nicht cooler sein. Der Humor ist so herausragend. Bro, das ist insane. Ich lese mir jeden Dialog durch, weil jeder Dialog unterhaltsam ist. Das hab ich noch nie in einem Spiel gehabt. Also, und es ist schwierig dazu. Es hat ultrakrank kreative Kämpfe. Holy fuck. Du hast über 69 verschiedene Panzer hinten an deiner Shell, wo du dich als einziger Krebs drin verstecken kannst. Und jeder hat unterschiedliche Effekte. Das Skillsystem ist cool. Es passt alles an diesem Game. Another Crabs Treasure. Große Empfehlung. Laza? Ich empfehle euch auch ein Game. Und zwar eins von Atlas, den Persona-Manga kann, sag ich schon, Entwicklern. Und zwar Catherine, falls es jemand kennt. Oh, okay. Das kenn ich. Das hat einen saugeilen Artstyle. Ist so. Und ich empfehle euch nicht diese Version, die PS4-Version, die erweiterte Version. Ich will nix erklären. Das Cover muss ausreichen. Spiel. Leute, wir hoffen, ihr seid zufrieden. Wir sehen uns nächste Woche mit einer anderen Folge, die sich um ein anderes Thema dreht. Wir hoffen, da können wir auf euren Support ... Thema Manuar, Leute. Thema Manuar. Wir gehen nach Korea. Und wieder mal werde ich mich mit Kim Jong-un über die Feuerschaft boxen. Twice-Folge. Nein, fast. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.